So, jetzt sind wir hoffentlich auch online. Ich habe noch mal den Streaming-Schlüssel neu reinhauen müssen. Zack. Können wir aus Facebook raus. Zack, läuft. Hoffe ich doch. Mal gucken. Wir haben ja richtig klein und richtig gemein. So, mal gucken. Ich habe ja Ton aus. Eigentlich müsste der Stream jetzt gleich starten. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, 5 Minuten noch bis zum Alarm. Oh ja, aber richtig geil. Ich habe das Video mal in der Arbe besser rumgezeigt. Das kommt sehr gut an. Genauso wie das EGAL. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh ja. So, ich mach mal den Pinguin rein hier. Oh ja, der Pinguin. Der ist geil. So. Sollte laufen. Hast du das schon gelesen mit dem Blutsplit dann? Äh, ne. Erzähl mal du. Dass man... Ich habe die... Man kann die Anzahl erhöhen. Wie? Äh, indem man Solo-Grad Rifts spielt. Und je höher du die Rifts machst, desto mehr kannst du mitnehmen von den Dingern. Wie geil ist das denn? Das finde ich cool. Ach so, jetzt nochmal hallo an dieser Stelle. Willkommen zu unserem Live-Gesträume am Freitag, 18 Uhr. Gesträume mit Ö. Mit Ö, ja. Ö-H. Wir sind Finländer. Alles mit Ö betonen. Ö. So, der Pinguin ist drin. Läuft. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Mal gucken. Mr. Pierce schreibt schon. Juhu. Also, es läuft. Juhu. Ich freu' mir so. Ich weiß, dass der Pinguin geil ist. Der Pinguin ist einfach zu knuffig. So, den Moor-Bot lasse ich jetzt mal im Hintergrund laufen und mal schauen. Ich kann jetzt mal... Ich mal... Warte, ich glaube Skype kann ich jetzt auch mal schließen hier. Skype weg. Äh, was habe ich da noch offen? Seh-Cleaner weg. Äh, ne, Logitech brauche ich noch. Okay. Ich habe heute mein Setup ein bisschen geupdatet mit einer neuen Lampe. Eine Lampe? Eine Lampe. Äh, leuchten. Oh, hat die auch ein Gedrenkehalter? Äh, ja, natürlich. Ach, geil. Die ist von Gucci. Nicht von Prada. Na, die sind nicht so gut. Da kostet die Birne 300 Euro. Und die brennt nur 5 Minuten. So, ich schaff schon mal Diablo, oder? Kommt's auch schon mal rein. Aber ich bin schon im Medjugat. Sorry, ich warte nur drauf. Okay, Musik ist okay. Bekrüppelt in den Fingern. Oh, ja. So, bevor ich... Bevor jetzt hier... Ich glaube, mein Headset hat jetzt genug aufgeladen. Wenn ihr jetzt ein Plink-Ploin hört vom USB-Port, das ist nicht euer PC. Das ist meiner. So. Du musst denn denn... Ich bin mit... Ach, komm nicht hin. Ich bin hier eingefecht zwischen Greenscreen und Tastatur. So, ähm, dann kann ich jetzt mal den Bildschirm wechseln, hoffe ich. Ah, du hast mich schon eingeladen. Warte. Dün, dün, stream nochmal. Sollte jetzt laufen. So. Also, ich hab mal den Barb genau 9 Stunden gespielt. Nice. Genau. Und der ist schon ein bisschen OP. Ich hab mal das Gamblebox-Logo da oben. Da. Ganz oben. Ja, ja, okay. Ich seh's. Ja. Ich weiß, was du machst. Du schaust den Stream nicht, weil's bei dir hängt. Das weiß ich schon. Ähm, hab ich mal ein bisschen kleiner gemacht, weil das war letztens so ein bisschen fett. So, warte, ich muss mal schauen. Wie lange hab ich denn die Poppy überhaupt gespielt? Was seh ich denn das? Helden auswählen. Hier. Helden. Ich hab ein paar gelöscht, by the way. Zum Beispiel den Gitter. Ja, ich auch. Ich auch. Alter, den Mönch hier hab ich nur eine Stunde gespielt. Die Poppy 33 Stunden. 1,5 Millet Damage jetzt im Menü. Im Spiel mach ich 1,75. 200 mehr. Boah, nice, ey. Du bist ja der Hammer. Oh ja, und das ist übrigens der Mönch, für den wir in den letzten Jahr Blühaufnahmen, die Z-Items, gefarmt haben. Passt soweit. Also, das Z ist komplett. Ich mach's noch nicht so viel Damage, aber ich muss nur noch Händchen auf die Gegner ziehen. So. Jetzt warten wir noch. Wie lange haben wir noch? Eine Minute noch. Eine Minute noch. Richtig geil. Ich hoffe, es flimmert hier nicht so um meinen Kopf rum, weil ich hab das vorhin erst eingestellt. Den Greenscreen, muss man hier ein bisschen größer machen. Nee, es passt. Hallo, der Felix. Bisschen Farbe hab ich auch noch mit reingetan, weil ich bin ja eigentlich so blass. So. Mit Facecam diesmal. Läuft. Oh, das ist richtig geil, das wird da draußen. Erstmal die Hand wird zocken. Geil. Oh ja, morgen soll's regnen. Morgen wird nicht gezockt. Morgen ist auch scheiße. Ja, ich hab übrigens heute ein bisschen gespielt. Falls du es liest, ich bin jetzt nicht mehr auf Paragon 500, sondern auf 502. Erstellt einen Season-Helden. Ja, ich glaub, es geht los. Was für einen Season? Was? Ja, ja. Helden erstellen. Nice. Erstmal erstellen. So, ähm, du machst was? Ich mach Bar. Ich mach jetzt mal... Bar Bar. Wenn ich den denn... Pfff. Lobt's mich was? Pluto. Pluto, was ist denn empfohlen? Den kann man doch irgendwie... Random Namen? Machst du einen Mann oder eine Frau? Ich mach Mann. Ich hasse ja Barbaren, Feuch, Fräulein. Ja, ich weiß nicht. Ich... Ich wollte schon Eva machen. Äh... Was größer wäre hilfreich? Was? Marc, was größer? Meine Facecam oder... No. Was? Ich bin Windows. Ich muss dich fragen, ob du Colorscheam ändern willst. Bei Diablo komplett Colorscheam, okay. Finde ich cool. Ähm... Mir fällt grad kein Name ein. Ich will nämlich diesen Dash-Mönch machen, der so richtig von A nach B so.... Watswatswatswatswatswatswatswtisch... Ja, aber ich will jetzt einen weiblichen... Squirter! Queefing! Queefinger! Ähm... Nenn' ich die? Oh, ich nenn' meinen Arnie... Thunder? Ne, der ist mein männlicher Name. Thunder. Äh... Andermann. Irgendwas, was mit durch... Durchficken zu tun. Machst du, ein Kerl oder die Game-Up-Peace? Die Game-Up-Peace, Hashtag die Game-Up-Peace. Ähm, Facecam größer. Okay, die kann man größer... Hallo, ich hab auf Felderstelle gekleckt. Alles leckt jetzt schon, oder was? So... So, passt es so? Ich kann auch hier so rüberfliegen, so... Huiiii! Und wieder zurück! Huiiii! Okay, aber wo bin ich hin? Ah da. So. Aha, Fehler beim Erstellen ist aufgetreten. Annehmen. Ähm, den nenne ich mal... Ach. Von mir hängst du ein bisschen, ne? Also... Dann nehmen wir einfach Dash hier. Ja. Fällt dir klein. Fangstern. Seasonheld, alles klar. Bist du mir jetzt verarschen oder was? Ich hätte auch Thunder nehmen können, aber das wäre halt ein männlicher Name. Oder zum Beispiel Light... Oh, Lightning. Das ist auch schon wieder ein männlicher Name, vergiss es. So, ist die Facecam größer? Pass. Helden erstellen, ich habe draufgeklickt, passiert nichts. Ja, das gibt mir auch nicht. Ja, dann gehen wir mal währenddessen ein bisschen auf YouTube, gucken mal ein bisschen Pizze. Läuft mal wieder. Kann man eben mein Abi... Bei mir stellen es selten ist ein Fehlermeldung. Kannst... Familie Gründen, bei mir ist Fehlermeldung, nennen wir es. Ja, ja. Wie kann man eigentlich... Wie lang kann eigentlich... Ich weiß ja, der hat Spaß, dass du jetzt gerade ein Ding machst. Eure Anfrage ist eine Zeitüberschreitung. Also ich sage dir Bescheid, sobald ich es schaffe. Warte, ich mache ein Männchen und nenne den einfach... Warte, warte. Flitzer. Nimm mal Flitzer. Flitzer klingt besser. Passiert nichts, ich glaube die sind jetzt gerade alle in Diablo. Ja, ja, ja. Ich glaube in den ersten 5 Minuten geht jetzt nichts voran. Dash wäscht rein und sauber. Oh ja. Oh, warte. Ja, es hat geladen. Warte. Du musst da ein bisschen warten, ne? Haha. Ne, bei mir kommt zweimal Fehlermeldung. Boah, lecker Marsch. Erstmal 3 Minuten warten. Warte. Äh, beim Erstellen des Helden ist ein Fehler aufgetreten. Ja, du musst da draufklicken und ein bisschen warten. Dann immer wieder... Ich mache schon mal alles auf. So, ich wechsle jetzt immer zwischen den 2 Namen hin und her. Mal schauen, was durchkommt. Händerstörung läuft bereits. Ne, der läuft eben nicht. Boah, alter. Jetzt sind schon 300 Spiele online. Auf normal. Gehen wir online. Nein, nein. Ah, Season 3. Ich lese mal vor. Was haben wir denn hier? Ähm, mm, mm, mm. Akt 1. Ja, die ganzen Akte kamen jetzt wieder hier. Was gibt es denn hier? Neue Porträts. Die Flacke finde ich geil. Eisglanz. Legendärer Edelsteiner. Eure Kältefertigkeiten unterkühlen Gegner und Eure Unterkühlungseffekte verlangsamen Gegner zusätzlich um 5%. Bei 25 kritischen Unterkühlten und eingefrorenen Gegnern ist 10% erhöht. Das ist für meinen Demon Hunter, der auf Eis geht, gar nicht schlecht. Ähm, Obsidian Ring des Tierkreises. Kein Haltbarkeitsverlust. Ganz stark, ganz stark. Reduziert die verbleibende Abklingzeit einer eurer Fertigkeiten um eine Sekunde, wenn eine ressourcenverbrauchten Angriff für einen Gegner trifft. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Das ist übelst stark, Alter. Das ist echt geil. Was haben wir hier? Armschienen. Ranslors Torheit. Wer ist auch bei Ranslor? Energiewirbel zieht im regelmäßigen Abständen einen Gegner innerhalb von 30 Metern heran. Zauberer spiele ich nicht so viel, deswegen weiß ich nicht, was Energiewirbel macht. Du hörst einfach an den Wirbel. Ring des kleinen Mannes. Koloss beschwört nun drei kleinere Kolosse, die alle stärker sind als der vorherige. Es wird Stock da. Oh, was für ein Dämoniäger. Da haben wir wieder einen Köcher. Mehrfachschuss trifft Gegner, die weniger als 52% Leben haben zweimal. Mehrfachschuss. Geil. Muss auch richtig stark sein. Alter. Erhöht die Heilung, dann haben wir unerschöpflichen Trank der Verstärkung. Stellt sofort 60% Leben wieder her und erhöht die Heilung aus allen Quellen um 21%. Dann Zerstörungsschutz, legendäre Regelsteine. Nahkampfschaden wird um 10% erhöht. Wenn ihr über weniger als 30% eures Lebens verfügt, könnt ihr euch ungehindert durch Gegner bewegen. Das ist auch geil. Aber nur durch Gegner, nicht durch die Wände. Naja. Ich finde es nicht so nützlich. Dann Schreckenseisen. Aufstampfen erzeugt. Ein Erdrottschnurberbar. Aufstampfen. Das ist muterzeugend, glaube ich. Ah, ne, ne, ne. Ich hab ein anderes Bild im Kopf. Dann Haulus Segen. Gerechtigkeit erzeugt. Einen gesegten Hammer, wenn ein Feind damit getroffen wird. Klar, Scheiter. Was haben wir hier? Geisterschellen. Geisterkrafterzeugung reduzieren. Drei Sekunden lang eure entlittenen Schaden. Ja, das ist... Ich will Damage. Nagelring ruft alle 10 Sekunden ein Irren der Gefallenen herbei, der an eurer Seite kämpft. Und 45% mehr Chance einen magischen Gegenstand zu halten. Ja. Ein Irren der Gefallenen. Dann... Ja. Okay. Steht da. Irren der Gefallenen. Dann haben wir noch ein paar Transmos. Zwei neue. Dann haben wir hier... Bestenlisten. Ja, ja. Bla, bla. Da haben wir wieder neue Errungenschaften. Ist das eine neue Flagge oder was ist das? Ja, die ist richtig geil. Die bekommt man, wenn man, ich glaube, 100 Punkte im Erfolgsding hat. In der Season. Oh, ja. Nach 400 Punkten bekommt man das Portrait, glaube ich. Na, cool. Okay. Ich bin nackt und da. Und bereit. Ja, und bereit. So. Hau uns rein, junger Mann. Ich bin übrigens über den Chat, wenn du mir mit dem Hinterface kämmen. Also ich bin ziemlich weit unten, links, bildschirmmäßig. So, Marc. Du kannst jetzt joinen, also jetzt followen, wenn du willst. Ich will dann auch sehen, ob der Follower-Sound funktioniert. Das wäre nämlich nicht schlecht. So, meine Kiste ist leer. Aber cool, man hat gleich eine ganze Kiste für sich. So, wir machen jetzt... Ah. Ah, cool. Das war ja anfangs immer so, dass man erst die Kiste freikaufen musste. Ja. So, ähm, wir machen Akt 1, oder? Schon auf schwer? Schon auf schwer? Ich weiß nicht. Erstmal auf normal. Ich kann von mir gleich die Waffe klauen. Was? Warte. Ist egal. Ähm. Ja, ich wollte halt... Geil. So läuft das wohl. Ich würde erstmal Akt 1 farmen. Akt 1, aber zusammen? Zusammen oder getrennt? Ja, ja, zusammen. Das war mal da. Ähm, wo geht man hin? Hallen Agonie 1. Okay. Äh, 1? Ich bin jetzt 2. Oh, hier ist ne... Ah, das ist eben ne 2, Junge. Äh. 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 Warte. Äh. Oh ja, schwer geht noch. Äh. Alter, ich bin so stark. Äh. Come to me. Help me my friend. Äh. 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 Nee, 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 nee. Wir wissen nicht wie. Okay, okay, okay. So, erstmal ne Hose anziehen und ein neues... Boah, eigentlich bin ich nicht mehr so nackig. Weißt du, in Season 2 war unser Rekord, ein Char von 1 auf 70 in 20 Minuten zu ziehen. Äh. So 20 bis 25 Minuten. Äh. Ne, haben wir nicht auf 70 innerhalb schon 15 Minuten schon geschafft. Ja. Surround House! Äh. Höh. Surround House. Oh, Surround House hat's gebracht. Zack. Und hier nochmal. Warte. Ah, keine Geisteskraft mehr. Schade. Da liegt ein Bogen, den nehm ich. Erstmal im Bogen kämpfen. Oh, ja. Stell dir Augen aus. Oh, ich hab auch nen Bogen bekommen. Geil. Erfahrungspool, Erfahrungspool, Erfahrungspool. Erfahrungspool. So. Ich muss auch in die Nähe. Ähm. Neh mal das. Boah, ich bin so gewohnt, dass ich auf der 2 immer mein Daschen drauf hab. Ja. Ah, der Mr. 4 schreibt, muss erstmal D-Follow machen. Okay. Stufe 4 schon. Ging aber jetzt schnell. Ach so, ja. Wir hatten auch Erfahrungspool und so. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob jetzt das Spiel ein bisschen zu laut mag. Vielleicht kannst du's mal in den Chat schreiben, ob das Spiel nicht zu laut ist. So, den haben wir befreit, den Bongo. Ehh. Ehh. Ich komme dann mal wieder zu dir. Was ein... Was ein Mietsoldat? Von Walsham ist eurer Gruppe beigedreht, ne? Ja, der hilft uns ein bisschen mit dem Campen. Ach so, das ist die Quest. Ah, ja. Die müssen wir hier befreien. Habe ich vorhin auch schon gesagt. Ja. Ja. Das ist für die auch cool. Ja, das ist auch neu. Das gibt's aber auch schon in Off-Season. Ich weiß aber, ich hab seit Sonntag nicht mehr gespielt. Jaja, Vorfreude nicht nehmen, ne? Auch. Und ich hab eigentlich alles schon in Non-Season. So, hast du schon aufstampfen? Nice. Warte ab. Boah, ich bin so langsam. Ja, ich auch. Surround House! Huuu! Habe ich schon... Läuft bei uns. Ui. Bab. Bab. Du bekommst aufs Maul... Schwer reich, glaube ich. Ach, ja... Noch. Alter. Surround House! Das ist gar nicht bei mir, okay? Nee, ich... Da unten ist der Letzte. Hier. So. Schon fertig. Läuft bei uns. Auf zum nächsten. Ich gehe südliches Hochland. Danke, dass Sie mich schütten. Bitte schön. Mit deiner geilen Keule. Du hast jetzt aufs Herz gedrückt. Ich hab keinen... Hab ich den... Hab ich den verpasst? Komm in mich! Warte, was hab ich gesagt? Hab ich den jetzt echt verpasst? Was dann? Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob ich den Follower-Alert gehört hab. Eigentlich kommt da... Don't drop my derp-derp. Alarm! Nein, das muss ich reinmachen. Alarm! Alarm! Oh! Eh! Leggy! Oh! Ich komme! Ich wieder neues Wissen. Ja, wir sollten nicht zusammen rumlaufen. Getrennt ist. Drum. Drum mal Teile! Eh! Kam... Beim... Video über mir... Ein... Follower-Alert. Sollte eigentlich. Ach komm, ein ganz dicker Penis. Den Follower-Sound hab ich eigentlich an. Jedenfalls ist da ein Haken drin. Da ist ein Buch. Da ist ein Buch. Ich habe jetzt mal... Da ist ein Buch... Ah! Ja. Mehr... Wut. Ja. Thrantos! Okay. Ich bin die Six. Ich auch gleich. Ich war nur leider ein bisschen hinterhergehangen. Hihi. Engerboy. Immer die haben wir nicht auch Six. Boah, da kann man nicht gleich mit einem 70 starten. Nee. Komm her! Komm doch mal hier, ey! Machen wir Pause. So. Alter, immer noch nicht Level 6. Das gibt's doch nicht. So, Armsheen... Das ist auch besser. Mhm. Au. Hopp. Nee, der Dealer liegt eigentlich bei 10 Sekunden. Oder nee, hab ich auf 30 umgestellt? Ich weiß es gar nicht. 17. Ich muss dann beim nächsten Stream vielleicht nochmal nachschauen, warum der Follower-Alert nicht kommt. Jetzt bin ich Six. Ich bin gewachsen. Ich bin gewachsen! Willst du eigentlich mal öfter streamen? Also auch Farm-Sessions von uns oder... Ja, mit oder ohne Facecam, das kommt jetzt doch an. Das ist mir eigentlich egal. Aber wer gibt sich denn bitte so eine 2-Stunden-Farm-Session von uns? Ach, da gibt's sehr viele Streamer auf Twitch, die sowas machen. Ja, der Aluk zum Beispiel. Wie heißt der? Ah, ich weiß, wie du meinst. Aber, ja... Der ist sein Season 2-Mönch auf... ... fast 800 hochgelevelt hat. Allgemein! ... ... ... ... Boah, der Hammer geht mir halt auf den Sack, Alter. Ja, ich würde erst mal dashen, das wäre schon mal ein Anfang. Jetzt habe ich genau, was ich vergessen habe, ich habe ganz vergessen, Raserei. Und, ähm, was war's denn? Äh, ich habe eine Neufertigkeit. Ah. Oh, okay. Blenden! So, warte. Surround House! Hihi. Oh, viele Spinnchen. Surround House! Ja, zieh sie mal zusammen am besten. Habe ich noch nicht. Okay. Ich habe nur Schlagen oder Surround House. Mehr kann ich nicht. Und Blenden. Was? Haben wir uns angegriffen? Ja. Ja, ja, ja. Season 3! Richtig geil! Gibt es eigentlich schon auf Level 1 Bounties, äh, Keystones? Äh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Also der, der Mark schreibt gerade. Oh, Leichtmüssigkeit, sehr schön. Komm mit. Ähm, es streamen gerade allein 70 deutsche Twitch-Kanäle. Season 3 von Diablo. Also wir sind da dabei. Ist ja fast gar nichts. Wir müssen den Hübsen. Wissen wir? Oh. Achso. Du weißt, ich lese immer alles. Äh, also nicht. Wir sind, ach wir sind schon auf der Ebene. Was? Das Schatz sollen. Mein doch. Ich klicke schon. Bitte. Mach kaputt. Ich kann gerade nichts ausschlagen. Warte, ich kann gleich wieder blenden. Blenden! Wie du kannst dich ausschlagen. Ich kann auch nicht ausschlagen. Ah ja, hat sich bei dir das eigentlich wieder umgestellt. Bei mir waren nämlich Autotext wieder auf, ähm, Schiff gedrückt halten und nicht Leertaste. Naja. Ja, ja, ja. Bei mir haben wir alles in Ordnung, ne? Alter, geh doch mal drauf. Blenden! Alter, wie die kurze geblendet war, war ja gar nichts. So, ähm, ja. Also, ähm, Sanru, ich klopf gerade auf einem Goldenen herum. Und du so. Blutbart. Alter. Surround aus! Ich habe ihn gekillt, nice. Uh, neues Messer. Da unten geht's raus. Einen müssen wir noch killen. Ja, der ist bei mir oben. Okay. Mach ihn! Äh! Stufe 7! Ach, Einschlag! Oh ja, hier ist die brechtige Truhe! Yeah, da kommt bestimmt der Müll raus. Da ist bestimmt nichts drin. Nichts Legendäres. Ja. Wow! Oh, ich habe schon Portalschlüsselfragment. Ah, ich auch. Cool. Jetzt kam aus der Truhe. Ne, das kam aus der Belohnung. Heide Welcher. Ja, irgendwas. Weglagens. Heide Teuch! Ich lese bloß die Hälfte. Also du lese jetzt gar nichts durch und ich lese bloß die Hälfte. Was für die Damage mache ich denn jetzt? 16! Häää! Was? 16? Häää! Oh, oh, raus! Wo ist die? Ich brauche viel mehr Wut, ey. Blenden und zur Roundhouse! Blenden und zur Roundhouse! Ach, hier müssen wir noch Gegner töten und so eine Mira Eamon. Wie auch immer das ist. Äh. Auf den Goldenen! Wumziehen! Äh! Äh! Das Gift bei uns fertig machen. Näh. Blenden! Erstmal, ja. Blenden. Du auch? Ja. Wir sollten uns absprechen. Nein. Nein. Das wäre viel zu offensichtlich. Niemals! Ah, neue Hosen. Sehr schön. Hier oben. Hier oben. Yo, ich komme. Ja, Wutsch. Ich bin doch gleich blau, ey. Musik bei MonsterCat, by the way. Alter, ich habe sie gerade geblendet und dann hauen die mich weg. Bleibt hier. Alter. Goldene und blaue gleichzeitig. Oh, das ging schnell. Hast du die gemacht? Wie schnell war denn die jetzt tot? Hab ich die gemacht? Mein Surroundhouse Kick macht ziemlich viel Damage, smag ich gerade schon hin. Ah ja, macht er dann, ähm, sieben Vorste-Dingens. Das ist ziemlich gut für, äh, für das Level-Sip. Alter, macht das viel Damage. Blenden! Und aufs Maul! Alter, wie viel sind sie jetzt? Ehh. Fünf. Wie langsam man ist. Ach komm schon. Dann schlagst du dich 5000 Kilometer mal zurück. Ja, dann verlangsamen sie dich auch noch. Warte. Stirb! Ehh. Blenden! Schlagen! Surroundhouse! Perfekt. Warte, da ist noch einer. Kannst du ihn blenden? Oh mein Gott. Auf ihn! Der schlägt dich jetzt zurück, Moment. Ich kann blenden. Ehh. Surroundhouse! Blenden! Surroundhouse! Hab ihn! Boah, nice, ey. Warte. Alter, rein hier! Musik ist ein bisschen leiser für dich mit dem Spiel. Warte, haben wir gleich. Höh. Jetzt gibt es leider noch ein kleines Problem, Marc, ne? Das nennt sich GEMA und so, weil wir wollen es nur noch auf YouTube hochladen. GEMA? Was ist GEMA? GEMA, was ist das? Erstmal? Zum Mundhaus! Wo? Genau. Ordentlich der Match. Ah, fünf noch. Ja, komm, wir mit den vier. Zack. Zack. Den noch. Nice. So, äh, mach mal kurz. Spitz da, läuft. Hab ich schon ne neue Odem des Himmels. Gewitterfront. Ne, bringt mir alles nix. Bisschen hin? Da, oder? Da, da, da. Aber solange wir ja nicht im Kampf sind, ist es ja relativ leise. So, Leute, die verfluchte Truhe. Also, ich glaube, wir sollten uns aufsplitten erst mal. Hm. Warte, da bin ich langsam. Ähm, hier oben ist schon mal... Alter, viele Viecher. Nicht sehr viel. Viele Viecher. Viele, viele Viecher. Dann machst du ja platt. Ähm, zu viele Viecher. Ah, hu. Hu, Sperre, Sperre, überall Sperre. Hu. Das war's anspruchsvoll. Ich komm einfach wieder zu dir. Ja, bei mir ist er. Ja, ich komm. Hab mich gut entschieden. Ah. Ja, ich lass es so. Hu. Was blau ist. Oh, 0,2% damage. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ach ja, übrigens, ähm, Mark, du spielst ja auch sehr viel Diablo und bist ein richtiger Crack mit... Wenn du alt gedrückt hältst, dann kannst du sehen... Dann kannst du deine... Die Waffe, die du ausgewählt hast, das auch anschaust, mit deiner Zweitwaffe vergleichen. Dann wechselt es. Höh. Geht auch bei Ringen. Ja, eben. Geht auch bei Ringen. Wo bist du denn? Wenn du Steuerung hältst, dann kannst du die Nassimitieren. Stirb, Enten! Ach, da ist wieder keine Geisteskraft mehr. Stirb doch einfach. Oh, da ist ein nordisches Schwert. Also hier zum Beispiel, das ist ein Zweihänder, der macht 15% mehr Damage. Kommen Sie dann, kommen Sie näher. Hier geht es für jeden Mann, was... Okay. Oder Frau, in jedem Fall. Das schaffen wir nie in der Zeit. Einfach mal, weil ich so nass, wenn man ankommt, die Dixer. Hier sehen Sie, wie man eine Rückenmassage macht. Mit den Füßen. Kennen Sie schon, unseren neuen Rombo? Bodenstaubsauger. Rombo? Uh, Stufe. Rombo. Ah, ich hab der schon drin. Nice. Endlich. Soll ich das gleich auf die rechte Maustaste legen? Ich weiß gar nicht. Ja, das ist, glaub ich... Gescheut da. Hey, wir haben 93, können wir das sogar noch schaffen. 100, wir haben es geschafft. Nice. Oh, das ganze Mix ist nur zu töten einmal. So, da ist noch einer. Ja, so. Ist auch noch einer. Reingedasht und tot. Oh, das ist Sensei. Legendär? Nee. So, erstmal Schuhe anziehen, weißt? Wir reden die ganze Zeit ohne Schuhe hier rum. 6,5% mehr Damage. Hm, haha, nein, kann ich nicht anziehen. Okay. So, aber kurz tödlicher Schlag mit... Die Chance, Gegner in der Luft zu schleudern. 100% verköstet im Wirkungsbereich. Okay. Auf zum letzten, würde ich mal sagen. Schon. Entfesselt eine Feuerwalze. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Lichtblitz. Mhm, heilt euch in der Verbindung. Ja, nicht heilen. Eher blenden. Okay, gut. Ich popp mich direkt auf dich. Ja, kannst du. Boah, nice, ey. Die sterben durch meinen Bleed. Warte. Cool. Die sterben... Die sind halb down durch meinen Run-Dashen. Die sind richtig... Warte, ich dash mal kurz hin, warte. Zack. Zack. Alter, die sind fast down. Bam. So, 125 Gegner töten. Ja, live. Dobre 2 ist online. Ist das nicht unser Clan-Mitglied? Ein Außenclan, ja. Reifeprüfung. Stufe 10. Bam. Zack. Genau, was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen. Ich habe komplett vergessen, den... Ähm, das Mönch-Set nochmal anzuschauen, was der dann in seinem Bild drin hat. Ähm, nur das, ähm... Nee, das ist ein Vocus. Blitzschaden halt. Nee, der hat auch einen Teil von so einem Vocus-Set, glaube ich, drin gehabt. Ähm... Der hat dieses... Kann sein, aber das würdest du nicht brauchen. Kann das sein, dass dieses Blitz-Set, ähm... Kann das sein, dass das, ähm... Ähm, das Schulterstück, dass das so komisch aussieht, so ein bisschen... Ja, wie so ein Fähnchen. Ja. Komisch. Huh. Was, ich bin durchgedasht und habe die gekillt. Ja. Ja. Mach ich öfter. Gleich, da kann man auch mal war. Nee, ich glaube... Oh. Okay, erstmal die Schlaf zurück, wenn wir die haben. Ja. Oh, scheiß Geiste. Leg meine Eier. Erstmal durchdashen und... So, Roundhouse kick, dann sind die weg. So. Ah, Start. Ja, so, das gibt erstmal mehr Zähigkeit. Passt, so, Start. Vier Schlüsselchen. Vier schon, nice. Erstmal einen Schmied ausbauen. Oh, warte. Was haben wir denn hier drin? Wow, Trümmerteile. Oh, warte. Das kann ich schon mal aufsetzen. So. Den Brief hast du schon hier rausgenommen? Ja, den habe ich schon. So, dann rüsten wir mal den Schmied schon mal auf. Wo ist denn das hier? Hundert. Äh, tausend kostet das. Stufe vier. So. Äh, ich muss ja gar nicht. So. Das kann ich ja gar nicht. Äh, machen wir gleich ein Rift. Können wir tun. Müll, 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 Müll. So viel Müll. Ich komme eh. Ich habe sechs Keys. Und du? Jetzt habe ich noch fünf. Ja, und sobald wir dann den Riftstone haben. Red Riftstone. Alter, durch das ganze Licht hier von meinem Greenscreen sehe ich überhaupt nichts in dem. Trommateile. Alter, es ist ziemlich dunkel. Einmal durchgedatcht und, ähm, Surroundhouse kick. Zack. Blenden. Zack. Rein. Surroundhouse. Rein. Ah, ich kann gerade nicht. Surroundhouse. Okay. Warte, ich mache mir gerade einen Sprung rein. Surroundhouse. Zack. Ich habe irgendwas Goldenes angegriffen. Ah, da. Ah, war es gar nicht wieder zu sagen. Rein. Surroundhouse. Ich mache gerade den Goldenen allein, ne? Ja, mach mal. Ich wollte eigentlich meine Fähigkeit ändern. So, Surroundhouse. Okay. Irgendwie ist Mönch, irgendwie ist Mönch stärker. Ich weiß auch nicht. Was? Papa? Ja, jetzt am Anfang vor allem sehe ich auch, dass ich sehr viele Last Hits schon mit dem mache. Weil du einfach schneller bist. Und du machst Wirbelwinds, zet? Yo. Blenden. Surroundhouse. Zack. Drum mal teile. Meine Chefin macht auch mit. Ja, zu dritt würde ich schneller gehen, Mark, ne? Ach ja, ich soll dich noch vom... Du hast ja noch nicht geantwortet. Ähm... Ich habe dich ja vom Mark gefragt, ob du bei einem Together-Projekt und zwar bei... Wie heißt's? Payday 2 mitmachen würdest. Ähm... Ist das nicht das mit dem... Bankraub? Ja, das ist... Ach, die saugen mich gerade aus. Wart mal. Ja, das ist das, wo man... Da gibt's mehr als bei Bankraub. Da kann man auch irgendwie so Transporte überfallen. Da gibt's halt viele verschiedene Missionen. Ich kenne mich da halt auch nicht aus. Gibt's... Jetzt sind nicht schon vier Teile für dem Ding? Äh, wie viel? Es gibt Payday 1 und 2. Mehr gibt's nicht. Oh, ich dachte, da gibt's vier Teile. Vier? Nee. Zwei goldene Saks. Läuft. Erstmal durchdashen. Das ist gut. The Roundhouse. Ich hau gerade drauf. Das dauert jetzt so ewig am Anfang. Okay. Blenden! Dashen! Und... Last Hit. Hihi. So. Nein. Ich habe auch ein Last Hit. Tötet die Diener des Wächters des Nevaluators. Komm her, du. Wie viel? Okay, wir sind erst bei... Oh, für mich? Jo. Oh, 19% mehr Damage. Nice, danke. Noch Gold. Ich komme. Hü! Zack! Blenden! Kommen sie ran, kommen sie näher. Stufe 12. 410 Kritten, natürlich. Zack! Das Problem ist halt bei dem Gamblebox-Logo oben in der Mitte. Wenn der Rift-Boss kommt, dann sieht man die Läden nicht so gut. Ja, ist ja eigentlich nicht ganz so wichtig. Kannst du eigentlich, äh, wenn dein Ding hast, dann zusammenziehen und es reinmachen? Ja, mache ich auch. Surround House! Alter, dashen! Surround House! Zack, weg die Sau. Und... Ah, jetzt rennt der natürlich weg, der Penner. Zack, durchgedasht. Ja. Haben geblendet. Durchsprung. Und... Ich habe keine Geisteskraft mehr. Die, ich kille mal auch noch schnell. Zack. Neue Handschuhe... Schuhe... Enten ist noch einer. Blenden! Surround House! Alter, die gehen mir hart aufs Maul. Ja, die werden langsam stärker. Oh, 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 ja. Oh, ich habe noch einen Heiltrank, erst so lange. Aber rein in die Soße! Warte! Durchdashen! Ich glaube, ich soll doch ein bisschen auf Heilung gehen. Nein, nein, er ist ein Gerücht. Okay. Zu viele Bogenschützen einfach. Ja, 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 ja. Mach mal die da oben weg. Du kannst schon springen. Du machst die ganze Zeit schon. Durchdashen! Hatte Heilkugel einsammeln. So. Geistesaugen mich wieder aus, ey. Ich brauche Geisteskraft! Zack, tot geht der. Schade. Die Geister nuckeln an dir. Die wollen einfach nicht. Du hast immer noch nicht geantwortet, sagt er gerade. Ja, ich wäre dabei beim 9. Okay, dann wären wir schon zu dritt. Mark! Mach der, mach dein Kollege auch mit. Ich weiß... Ich weiß nicht, wie viel Limassen noch. Geht doch bei dir. Jetzt ist wieder voll. Ja, ich musste gerade auf die Potion warten. Potion? Oh, sehr schön. Da war ein Büffel. Da war ein Keule. Ja, da war ein Büffel. Zack. Oh, wie es ihn so gespreckelt hat. So, nichts Gutes. Oh, diese Kackgeister, ne? Zack, zack. So, den Geist war ich auch mal schnell. Boah, mal den Nase hochgrad. Ja, schick die Finger rein. Ich weiß es doch. Das magst du doch gern. Oh ja, richtig dreckig. Oh, oh, oh. Geister, Geister! Ich mach die Bogenstände mal weg. Ich muss kurz die Fluchter greifen. Aua, ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Ich lebe doch, Bitches! Nein, das Geister! Wo bist du denn? Ach, da oben rennst du. Ich springe weg. Warte, warte, warte! Warte, ich komme jetzt zu dir gesprungen. Warte, warte. Jetzt kann ich wieder. Ich komme! Ja! Hallo! Nein! Scand! Durchtaschen! Ah! Oh nein, pushen! Läuft! Oh, 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 oh! Krasse! Teamwork! All planned! Ja, all planned! Ja, all planned! Oh, das ist voll... Oh, und so, Roundhouse in die Fresse! Hm, mehr Damage oder mehr Zähigkeit? Äh, ich wäre im Moment für Zähigkeit. Ja, aber der Stab hier gibt gerade nur 6,3% mehr Damage, aber dafür minus 13% Zähigkeit. Also, das ist doppelte weniger Zähigkeit, als dass er Damage gibt. Andersrum wäre es besser. Dash! Zack! Totisau. Da, wir sind... Was? Freunde! Ich komme! Ich komme! Oh, die Bogenschützen zuerst da unten. Äh, ja, ja. Ah, das sind jetzt viele. Puh! Ich denke, da war halt die ganz anderen Viecher ab. Äh, stirb halt! So, Bogenschützen... Oh! Und zack! Legen die ja das Stab! Was? Ein Degendärer Stab jetzt schon? Oh, nice! Ja, für dich aber. Vielleicht können die nicht nehmen, die Dinger. Oh! Das nennt man, äh, Arbeitsteilung! Also, ich finde dann, wenn wir Level 100 sind, Paragon, finde ich für dich auch was. Okay. Okay. So. Du da, stirbst jetzt mal ne Runde. Hey! Ja! Nein! Du rennst nicht auf mich. Sehr schön. Oh, das haben wir noch vielleicht nen Scheiß. Upsa. Zack! So, jetzt. Wo ist er denn? Da unten. So, Dash mal rein. Ach, das ist... Oh, ne. Grom. Ich mach mal Pause, Alter. Äh, erst die Kleinen, bitte. Okay. Das sind mir zu viele, schon bin ich wieder ankommen. Hallo. Daschen! Oh, da liegen goldene Handschuhe. Danke, der kommt hinterher. Ah, der pfurzt grad arg. Warte mal, die Bogenschütze da oben mach ich mal kurz weg. Stirb! Okay. Aua. Der Bogenschütze da oben. Du stirbst und du stirbst. So, jetzt haben wir endlich mal freie Bahn. Die Handschuhe ziehen wir mal schnell an, weil die geben noch ein bisschen mehr Damage. Ich hab 41. 35. Blenden! So, ein bisschen Surroundhouse-Kicks. Boah, lass mich da raus, Alter. So, der riecht doch gut. Ah! Ja, hier musst du auch ins Gesicht nehmen. Das ist halt gut. Oh, hallo. Unbekannter neuer Zuschauer. Heißt das so? Oder ist das einer? Ne, das hat grad der Marc im Chat geschrieben. Ja, ein bisschen Aktivität hier im Chat. Jungens! Der Mobos muss auch mal mitschreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr gern mitzocken. Oh, oh, oh. Und zwar ist da korrekt man. Aus... Aus der Kiste! Was? Wo ist da ne Kiste? Ja, wo ist da ne Kiste? Das andere fällst du ja zwei Legendaries hintereinander. Richtig geil. Oh, nice! Läuft! Das Server gefällt mir. Ja. Sollten wir öfters drauf gehen. Das ist aber wirklich serverabhängig. Ob gutes Zeug cropped oder nur Bullshit. Was droppt denn der da? Seit wann droppt der diese komischen Glipperballen da am Boden? Diese kleinen Kaufen da. Die geben Haltkugeln. Find ich gut. Oh ja, oh ja, aua. So, nichts. Alter, eine Bogenschütze. Alter, ich bin jetzt schon auf. Zack! Da hat er dich aufgeregt. Loose Splitter. Oh oh. So. Äh, sollen wir die Rift clearen? Ja, oder? Nein, nein. Nicht? Achso. Farm. Das ist doch ein Zaubererstab. Da ist er wieder weg. Achso. Oh. Ähm. Behalte ich trotzdem. Gibt nur 220% mehr Damage. Ja, passt schon. Danke. Ja, ich könnte den nicht nehmen. Achso, okay. Du, 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 du. Verdammt, das ist das Teuer. Ich fick alles Zeug. Müll, Müll, Müll. Wobei, die kann ich noch nehmen. Ah. Müll, 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 Müll. Ah, plus 243% Damage. Läuft. So. Ich hätte schon die Glocke. Nein. Ich hätte schon die Glocke. Nein. Du hast die Glocke. Ja, soll ich die Glocke reinhauen? Ah. Explodierende Hand habe ich auch schon. Ich weiß nicht, ob die so OP ist. Also warte ich. Erstmal auf, auf die rechte Maustaste lege ich erstmal hier das Daschen. Ziemlich angenehmer. Ähm. Auf die 1 lege ich mal. Auf die 1 explodierende Hand, so wie ich es gewohnt bin. Und auf die 3 die Glocke, oder? Äh, 2 die Glocke. Ich frage mal neue Fähigkeiten, Alter. Okay. Also schließen jetzt, oder? Ah, nein. Zu spät. Stufe 14. Vielleicht können wir jetzt noch was. Ah, hier. Passive. Von euch verursachter Schaden reduziert den von Gegnern verursachten Schaden. Okay. Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Leichtflüssigkeit mache ich, glaube ich, bei mir. Boah, endlich mal ein bisschen schneller hier. Hui. Miehihihi. Miehihihi. Habe ich eigentlich Flügel? Ja, habe ich. Siehst du? Ja, die schwingen. Hä? Wo sind die jetzt hin? Eigentlich habe ich die gerade angelegt. Wieso habe ich die jetzt nicht angelegt? Du musst neuerdings in den Wandschrank, glaube ich, reingehen, heißt ja. Achso, da oben. Ach, da. Kommode, Kommode heißt es. Flügel. Anlegen. Hui. Sieht schon viel besser aus. Zack. Was sind da sonst noch drin? Flaggen. Ach, da kann man jetzt seine Flaggen bearbeiten. Gefährten. Portraitrahmen kann man hier auch bearbeiten. Na, da habe ich noch nicht viel. Habe ich noch andere Flügel? Nö. So, gleich nächste Rift. Können wir machen. Habe ich alles dabei. Ja, ich glaube ich leider gerade nicht. So. Na, ich spare erstmal die Blutsplitter. Tö 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 tö. Tö 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 tö. Samziehen habe ich übrigens schon hier. Naja, dann machst du das genau. So, rechtsklick, Glocke, ranziehen, oh, raus. Ja, wir haben auch gerade legendäre Sachen gefunden, dank dir. Glocke! Okay, dann hast du mir deinen Beitrag. Okay, warte, neue Armschienen, 7,2% mehr Damage, gefällt mir. Alter, ich mach die One-Hit-Wack mit der nächstgeschichte Attacke. Warum ist so viel los hier? Irgendwie nicht. Geile Rift! Ja, das ist die Monsterdichte. Die Monsterdichte liegt bei 0,00. Ah, Hallöchen! Da ist einer! Warte, warte, warte! Dann ziehen und Glocke! Ah, hab ich grad keinen... Hm, ich brauchte eigentlich, dass Geisteskraft sich bei mir von allein wieder regeneriert. Das wär nicht schlecht. Zack! Ich dasch da durch in diesen Tod. Zack! Warte, ich zieh sie ran, warte, ich zieh sie ran, ich zieh sie ran! Ich zieh sie ran! Ich zieh sie ran! Ich hab' den Mundstruck gefunden! Glocke! Fast tot! Oh, mein erster... Mein erster Ring! Sehr schön! Äh, ich glaub' jetzt geht unten, oder? Oh, ich hab' den Mundstruck gefunden! Das werde ich nicht tun! Da! So! Hier ist die Truhe unten! Bei mir auch! Ja, ich seh' auch was Legendäres rausdroppt! Zack! Oh! Schild gefunden! Was ich cool finde, die haben jetzt die normalen Tränke rausgepatcht! Und dafür hat man unendlich normale Tränke jetzt im Inventar! Oh, shit! Ich hab' meine, ich glaub' 10.000, 15.000 Tränke auch verloren! Ja, ich hatte davon auch so ne Menge! So, ein Schild kann ich gar nicht benutzen! One-Hit! Da hab' ich eine... Ja, ich brauch' aber Geisteskraft bevor ich da ran geh! Die hol' ich mir grad hier unten! So, ran ziehen! Glocke! Jetzt Glocke! Oh, da ist da noch einer! Ich bin praktisch! Mit Eis! Alter! Hat er ran ziehen? So, sind ran gezogen! Hau rein! Ich hab' ich dieses mal hier unten ran! So! Du wirst Schutzwinn legendär! Der Sandro, ey! Der findet am laufenden Band Legendaries! Das gibt's nicht! Was machst du denn? Ich hab' mein Hack aktiviert, weißt du? Sandros Hack! Äh, mein Script, ja! Das ist wie so'n Aim-Bot, der zeigt manchmal an welches... Oder welches Tool... Hau rein! Hier sind sie mal! Das haben wir gezogen! Ich zieh sie noch ran! Äh, hier ist Macht! Okay! Okay! Äh, geht's da oben weiter? Ja! Ähm, ja, ich think so! Ich dash nur durch! So, ran ziehen! Die Penner! Tot! Zack! Hier! Da ist nichts mehr übrig! Da auch nicht! Ja, du machst das! Ja, mit Macht! Boah, nice! Da ist grad ne Menge verreckt! Hast du die Hand schon? Ja, hab ich schon! Am frühmensch! Du musst lass die Hand drauf machen eigentlich! Sonst... Okay, Hand ist drauf! Hand ist drauf! Aber ich hab die normale Hand jetzt! Du musst eine Rune einstellen, die die fluten lässt! Eile! Dann musst du durchrennen, oder? Ja! Haha! Du, 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 du! Nix! Umdrehen! Oben, links geht's weiter! Hallöchen! Guten Tag! Hand drauf! Guten Tag, die Frau! Alle tot! Glocke drauf! Hey! Macht die da oben! Macht es weg, glaub ich! Rennst einfach nur durch, oder? Macht mir gar nix! Einfach nur durchrennen! Oh, ne Hose! Einfach nur dran vorbeirennen! Hui! Hallöchen! Keine Geisteskraft mehr! Fert an! Ich kann mal nur durch, hier so! Ah, sehr schön! Oh! Sehr schwer! Das ist Rift Clearing! Oh ja! Warum haben wir das denn? Du musst ganz zum Maßnahmen brennen! Ich weiß! Oh, vorbei! Niu! Komm mir gleich ein, hier! Ist schön warm! Ich hab VG-Wärm! Glaube ich dir! Ach, geil! Ähm, da geh ich lieber raus! Was sieht so aus, wenn du fappst? Was? Der geht auch schon in die Luft! Du platzt da einfach so auf! Oh ja! Ist nicht wahr! Hallöchen! So, ähm, schon wieder... Labert der mich... Ach, hier ist Goldner! Hallo! Warte mal kurz! Ah! Voll die Größe! 90% Bezähligkeit! Nice! Hallöchen! Der Portal-Ficker ist angekommen! Glocke drauf! 17! 15! Glocke! Warte, wo ist die denn? Nein, nicht abhauen! Du nicht! Ach, ich hab Waffenwurf! Ist nicht toll! Verbindung! Ja! Okay! Im Ring! Was? Alter Arsch! Dann wollen wir noch kurz! Lauf, lauf, lauf! Andere Richtung! Andere Richtung! Ich glaub nach unten! Da war ein Goldner! Ja, ja! Wann haben wir das? Wir müssen aber ein bisschen zusammenbleiben! Okay, müssen wir nicht! Lauf einfach! Ja! Hier ist Heile! Warte! Jetzt! Oh, nice! Alles ist vorbei! Oh, vorbei! Okay! Es ist nichts Legendäres bei mir gedroppt! Woll ich grad voll viele Goldene und Blaue mit dem Verbindungsschreien plattgemacht hab! Geil! Find ich richtig nicht scheiße! Äh, gut! So! 18! Ja, ich auch! Meine Schritte werden ausgreifen! Da! Oh, hallöchen! Glocke drauf! Was ist denn? Flo wer glaubt im見て? Duh, 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 duh. So, mal das! Hallöchen! Ha, was ist denn der für die oben? Wie konntet ihr was anderes verwassen? Ja, was denn? Bin ich nicht nett? Aber jetzt kann man da rausgehen, oder? Ja. Hau da hin. Lass nacken. Ich bringe hier noch ein paar Mofa-Zonen. Zack. Und... Zack. Na komm. So. Ein Dolch. Nichts Legendäres bei mir. Das ist doch schön. Ja, für dich. Ha. Stufe 19. Ja. So, eine Dreiviertelstunde 19 Level. Ja. Ja, geht's. So. Müll, Müll. Müll, 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 Müll. Müll. Für mich? Müll, 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 Müll. Oh, der ist gut. Der auch. So. Anziehen, anziehen. Anziehen. Ähm. Warte, Dolch. Mal gucken. Nee, leider nicht. Ich muss ganz kurz hier vergleichen. So, den haben wir jetzt auch mal auf Level. Oh, der kostet ja 5000. Teuer. So. So, Schmied ist Stufe 5. Und der andere, der Edelsteinkombinierer, der ist Stufe... Warte, der... Jubiläenschmied ist Stufe 3. Nein. So, Rasenangriff. Erhöht nach dem Einsatz von Rasenangriff. Okay, Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Sehr nice. Legt da 100 Fäuste. Was ist eine gute Primärattacke? Ah, Donnerfäuste. Sowas. Donnerfäuste mit Kälte, Blitz. Ich hatte Blitz immer. Dann haben wir hier die Hand. Warte mal, haben die Händler was zu verkaufen? So, das kann man alles... Warte mal hier. Ah, betäubt Gegner. Sehr schön. So, Zyklon. Ach, ich habe Schlag der 7 Fäuste. Soll ich den reinhauen? Ne, oder? Naja, den... Ne, ne. Schlag der 7 Fäuste. Ja, hier gibt's Schiefel zu kaufen, Felix. Soll ich ein Mantra reinhauen oder Schlag der... Ach, ich haue Schlag der 7 Fäuste einfach rein. Hau Mantra rein. Welches? Ich habe aber erst nur Mantra der Entrückung. Das ist Widerstand gegen alle Schadensarten. Also Widerstände erhöht. Na, ja, das ist ja schon mal... Ja, okay, wie viel habe ich denn? 2700. Was wolltest du von mir? Es gibt Stiefel zu kaufen mit O-Bahn. Die sind aber Schro-Bahn-Händler. Die sind aber... Ich habe aber kein Gold mehr. Ich habe gerade alles in den Schmied und in den Juwelens mitgepumpt. Das ist blöd. Das ist doof. Haben wir ja schon die Rift geschlossen. Ja. Ah, hier gibt's Amulett. Mit Geschicklichkeit. Jawohl. 32 Blutsplitter. Yes. Wollen wir noch ein paar Säckchen farm? Akt 2, 3, 4, 5. Können wir machen. Akt 2. Äh, wie du wüsst? Ja, gehen wir mal Akt 2. Okay. Ein paar Keystones farm. Haben wir so wenig. Ich habe nur 5. Oder 4. Wenn ich weiß, in Non-Season. Ja, in Non-Season, da habe ich 1000. Oh, hier ist ein Erfahrungspool. Ich warte auf dich. Ich warte, ich warte eh, 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 eh. Nicht jetzt. So. Ah, wir müssen die Truhe läutern. Ah, okay. Ja, wo ist die denn? Weg folgen? Ja. Es hat sich bewährt, dass man einfach mal den Weg folgt. Hallöchen! Ah, da vorne ist ja. Komm ich da rüber? Ja. Du kommst überall hin, wo offen ist. So, ich zieh mal zusammen. Warte. Hau rein! Glocke! Warte, wo ist die Glocke? Da ist die Glocke! Okay. Oh, ich glaube cool, ich habe Erdbeben. Nice. Warte, ich ziehe sie rein. Boah, das ist geil. Mach ich hin. Ah, ne, ich mache nie wieder Damage. Ja. Das ist halt ein vielzeitiges Ding. Oh, ja. Oh, shit. Ich bin tot. Alter, wo ich das Mantra drin habe. Glocke! Haben wir es geschafft? Nein. Oder? Ganz knapp haben wir es nicht geschafft. Ja, wo ich gestorben bin. Ja, wo ich gestorben bin. Pro am Werk. So, was. 97, weiß. Ja, Tresix. Ihhh, den brauche ich doch gar nicht. Was machst du denn wieder? Ich glaube, ich sollte auf mehr Zähigkeit gehen. So, 180. Ja, die, die 10 Schaden. So, Oase von Dalgur. Super. Wie sie wünschen, mein Herr. Du hast den Erfahrungspool verloren. Und ich geil bin. Gunst schreien. Da kann ich mal den Schiedetrick da mitnehmen. Könnt mir. Haarlich. Das Erdbeer macht gar immer so wenig Damage. Nein. Oh. Okay. Äh. Glocke! Das mächtig und magisch. Glocke! Okay. Immerhin stunn ich sie dadurch. Da oben ist er, glaube ich, oder? Oh, ich habe Bubble Event. Warte. Äh. Nein. Ne, das ist ein anderer. Warte. Glocke! Okay. Nochmal Glocke. Bim bam. Oh, ein Amuletten legendäres. Nice. So. Zweite passive, muss ich mal kurz auswählen. Oh, ey. Ja, mach mal. Geh, mir liegt auf die Eier. Warte, ich komme mal zu dir kurz. Da ist er ja. Warte, den soll ich erstmal auswählen. Passive. Jeder verbrauchte Punkt Geisteskraft. Heilt euch um viel Leben. Erhöht die maximale Geisteskraft um 50 und erhöht die Geisteskraft Regeneration um 4 pro Sekunde. Geisteskraft Regeneration hört sich gut an. Nice. So, hier habe ich auch irgendwas Neues. Lichtblitz, Odem des Himmels, Gleichmut. Das war's. Okay. Glocke. Glocke. Bleibt hier. Alter, wie sie wegrennen. Bleibst du da? Bleibst du da? Warte. Den anderen erwische ich gerade noch nicht, warte. Hm. Glocke. Warte, goldener Helm. Schlecht. Aber das Amulett muss ich mal anziehen, weil ich habe sowieso noch gar keins. Ja, läuft. Glocke. Krümelchens Heizkäfte. Oh, ist das süß. Wie heißt die? Krümelchen Heizkäfte. Krümelchen ist es nicht die Händlerin im zweiten Akt? Das ist Katana, oder? Nein, Krümelchen ist der kleine Händler im zweiten Akt. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Hallo, werte Damen! Ja, genau die meine ich. Ja, genau die. Kannst du nur hin? Weißt du nicht. Suchst du den Typen? Ja, auch und viele Gegner, aber... Wie ist hier, was los ist? Auf schwer wirst du nicht sehr viele Fick-Gegner finden, was? Was ist hier geschehen? Los, hau rein! Glocke! Alle betäubt. Zack. Glocke! Ich mag es, wenn ich mit meinen Glocken spiele. Oh, Glockenspiel. Zack. Diese billigen Witze. Das ist nicht möglich. Hier ist ne Truhe. Bei mir auch. Ne, ne, ne magische. Ah, ne dicke? Ne dicke. Oh ja, ich komm. Du, 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 zack. Ah, ich hab Erdbeben, aber noch nicht bereit. Ja, ich hab volle Geisteskraft. Ich hab 301 Geisteskraft. Ja, dann musst du kurz reinhalten. Okay. So, ranziehen die Penner. Wir müssen das alle töten, okay? Glocke! Okay. Sehr schwer. Ah. So zwei Gegner schön. Und den dicken Motherfucker. Ja, komm dazu. Glocke! So. Tschüss! Nein! Wo ist denn der Dicke? Das ist er nicht. Oh, wir müssen wir mal. Oh, der macht Eis. Weischt. So, Glocke drauf. Bitte helft mir! Soll man den machen? Unten ist er, ja. Ja, machen wir den mal kurz. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Sack! Glocke! Ah, hab ich glaub nicht. Warst du schon? Ja. Aber ihr habt mich gerettet. Danke! Das ist mir egal. Oh, ich hab ein Schwert bekommen. Minus 10% Damage. Nice! Rauchig. Ich hab einen weißen Gegenstand bekommen. So, noch ne Glocke sagst? Okay. Alter. Wieder zeitlich die ganzen Heilpods rausgedroppt sind. So, hier. Wollen wir in den Keller gehen? Lager... Lagerkeller? Gibt's irgendwas? Da... Gibt's nichts. Außer ne Tui Flag. Ist da nicht der Sprecher von Walter White? Ja, das stimmt. Das ist der Händler da unten. Also, der Sprecher von Walter White. Warte. Hört ihn euch an. Mein Erdbeben ist OP. Ist der schon tot? Ja. Gut. Wasser strahlen sich. Was soll rüber? Jo. Hat er Fick Gegner gesagt? Nein, hab ich nicht. Ich doch nicht. Uh. Cool. Uh. Tasche. Die Arqueduct, das ist super. Tötet alle Gegner auf der zweiten Ebene. Die ignoriere ich jetzt mal. Zack. Willkommen im Stream. Oh shit. Oh shit. Oh. Arnöchen. Abonnieren, favorisieren. Werden wir schon Eigenwerbung machen. Erstmal Eigenwerbung. So. Alter, ich hab schon ein neues Mantra. Ich glaub das ist das, was uns Damage gibt. Wo geht's denn hier in den zweiten... Auf die zweite Ebene. Glock geht ruf und fertig. Sonny. Neuer Ring. Äh, ja. Ja, 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 ja. Zack. Ich hab keine Ahnung, aber das wirst du schon machen, schätze ich mal. Die haben geschluckt. Hier geht's nicht lang. Sonny hätt mal an der großen Kreuzung resten müssen. Aber da oben ist ein Schatzkoblin. Schatzkoblin oben. Ja, ja, ja. Du hast wieder angegriffen worden. Ja, ja. Glocke! Die macht auch ordentlich Damage. Aufs Maul! Er hat Smoten am Weg blockieren. Okay, doch nicht so gut blockiert. Nein! Hat der nur Gold dabei? Ja, Goldener Baron. Ja, der hat nur Gold dabei. Ach, der ist gegen Stun Immun. Weiß wie viel Gold gibt denn der? Auf die 6 bestimmt, lass mal auf. 36 Milli gibt der hier nur. Okay. Ach, der ist diesmal zampf. Oh ja. So geht das. Irgendwas Gutes gefunden? Nein. Geht's echt nicht lang. Oder? Nein. Unten vielleicht noch. Ja. Musst du uns wegmachen. Alter, tu mal alles, ist weg. So, hier müssen wir jetzt alles killen. Also rein da und... Gut. Du machst die Hauptarbeit und ich lauf dir näher. Okay. Oh nee, mal fährt ein Erdbeben drauf. Ja. Musst du denn da hin? Wo ich... Hallo, hier. Ja, ja. Okay. Ich lass dich nicht aussprechen. Mich? Ja, du. Du bist schon da. Da ist ne prächtige Truhe bei mir. Nee. Nothing special. So, ein bisschen... Oh. Oh. 27%. Oh. Okay. Das ist schwierig. Hör auf, das N-Word zu sagen. So. Erstmal ein paar Glocken. Mit Glocken ist das Leben viel einfacher. Mit richtig dicken Glocken. Ach komm, die ganzen Edelsteine brauch ich gar nicht aufsammeln. Oh. Da liegt noch ne Tasche, by the way. Hier. So, da sind die letzten zwei, drei... Nee. Einer noch. Wo sind wir? Kann man unten dann übersehen? Glaub ich. Nicht. Nicht da oben? Oh, das ist wieder ein Bug. Nee, hier oben war er beim... Ah. Beim, beim, beim... Wie heißt das Ding? Wasser... Äh, da... Dieser, dieser... Ja, das Ding zum Zurückporten. Äh, komm mal kurz... Können wir kurz... Können wir kurz in die Stadt? Kann die Musik auch einen Tick lauter machen. I come for you. Nee, das ist zu laut. Aber eigentlich passt das so. So, Müll, 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 Müll... Oh, die waren eigentlich so... Mehr Damage oder mehr Zähigkeit? Auf was gehst du gerade eben? Damage oder Zähigkeit? Ich versuch'n beides bisschen reinzukriegen. Müll, Müll, Müll... Ich geh' mal auf Damage. 333... 312... Ja, okay. Ah ja. So, dann... So, der Schmied ist schon Stufe 8. Find' ich gut. So, auf zu den trostlosen Sanden. Ahem. Ja, ich komme. Aktiviert die alten Vorrichtungen. Da ist schon eine. Hallöchen. Und Saute drauf. Und Saute drauf. Ja. Haben wir schon aktiviert? Ja. So. Ja. Meins... Meins ranziehen macht es und... Also das Sandziehen und dann noch die Glocke. Ach, da ist noch ein Godnet rausgekommen. Oh. Alter, das Tierbeben ist so okay. Ja, die rennen da rein und sind... Instant dead. So, da ist noch was. So. Uh, schon wieder mit Damage. So. Einen haben wir noch irgendwo. Der scheint aber nicht in der Nähe zu sein. Aber mir, links. Ah, okay. Hallöchen. Warte. Mein Schrein. Ah, wir müssen die erst töten, okay. Fick mal durch. Ein Ring. Und wieder was raus, oder? Irgendwas. So, warte mal. Sind wir schon fertig? Nice. 15% mehr Damage. Nice. Die kann ich wieder wegschmeißen. So, auf zum... Zu den stechenden Winden, oder? Zum letzten, ja. Ist die Frage nach oben oder nach unten? Äh... Was muss man denn machen? Ruinen betreten? Ich glaube Ruinen waren unten. Die waren hier immer. Ja. Ja, ich popp mich dann auf dich. Ne, die sind immer unten. Und zwar unten links meistens. Ja, jetzt werden wir wollten hier machen. Weltenst recht. Okay. Irgendwo hier. Ja, rechts bei mir ist das. Oh, verfluchte Truhe. Du wirst mitkommen, dass es bei mir ist? Ja, warte. Ich muss hier noch kurz blauer machen. Mit der Glocke geht das super easy. Hihi. So. Pop mich auf dich. Ne, da kommt wieder ein Viech, ey. Es war Glocke drauf. So. Wieder nur Müll gefunden. Aber ich muss sagen, vom Lecken hier hätte ich es etwas schlimmer vorgestellt. Äh, vielleicht spielen noch nicht so viele. Weiter gaben. Ich glaube, da schwimmen sehr viele. Hat Blizzard endlich mal seine Server gefixt? Nein. Glaube ich auch nicht. Wir sind billig alt. Wir verschieben Termine, wie es uns passt. Oh, nee. Die sind Weihnachtsfehl. Ja, genau. Haben die nicht mal während der Season 2... Dann kriegen wir den Patch lieber später. Die haben noch während der Season einfach mal irgendwas reingepatcht, ne? Oder aus. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich hab den Patch 2 von 1 und 2. Haben sie einfach mal in der Woche verschoben, weil Weihnachtsfehl drin waren. Steht auch unter. Ja. Glocke! Ach komm. Hallöchen. Die Damen. Jetzt haben wir schon die Edelstände auf. Ne. Ja. Erfahrung, bleib mal hier oben stehen. Wollst du runterspringen? Geht's hier weiter? Hier, für dich! Sehr schön. Für mich? Für, aber nur für dich. Geht's nicht mehr lang. Hier kann ich zum Beispiel super geil abkürzen. Ja, ich doch auch. So, hier ist ne Menge für dich. Oh, hier ist grad ein Zweierstreitkolben gedroppt. Soll ich den für dich? Ja, aber den schenke ich dir mal. Oder kann ich den auch benutzen? Kann ich den auch benutzen? Wo ist denn die zweite Ebene? Einfach mal weiter. Ja, aber wo? Ich glaube hier. Hm. Ich hab halt hier von allen Seiten Bestrahlung. Deswegen seh ich in so dunklen Level nicht sehr viel. Da springt er gleich rein. So, hui. Ich glaub hier oben, oder? Hey, jetzt sind meine. Ähm. Ah, hier ist ein Sack, hier ist ein Sack. Was, hier ist ein Sack? Geiler Sack. Geiler alter Sack. Geiler alter Sack. Warte, kann man von... Wollen die uns verarschen oder was? Aber schon mehr. Es gibt Bitten rein. Sandro, Sandro, Sandro. Ja, ja. Hup. Hehehe. Geht drauf. Keiner Schuckernucki. Das kannst du sagen. Ist immer noch besser als... Nipel. Nipel? Nipel. Das N-Wort. Nipel, okay. Ah, hier. So. Hier teilen wir uns jetzt am besten auf, oder? Ja. Weiß ich nicht. Ich tisch da nur durch und tot. Ich schau unten. Hier gibt's bloß eine. Ein Erfahrungspool, aber... Die rennen einfach rein und verbrennen instant. Gern im Helm. Ah, da kann man nicht drüber springen. Ah, doch kann man bestimmt. Warte. Ah, so halbert. So, Glocke drauf. Glocke drauf. Glocke drauf. Mr. Fierce? Band... No band words allowed. Mr. Fierce warning. Was schreibst du schon wieder in den Chat, hä? Hehehe. Er probiert wahrscheinlich... Er probiert wahrscheinlich grad die ganzen Beleidigungen durch. Fuck. Mixer. Hunsöhne. Nieke. Berechtige Truhe. Aha. Was haben wir letztes Tag? Thomas wieder. Ey, das war ein neues Beispielwort. Ein Satz Verstärkungswort. Ein Satz Verstärkungswort. Ein Satz Verstärkungswort. Bei mir, ey, ist, äh... Nicht oben lang. Ist ein, äh, Ding. Was? Hast schon. Ja, ja, ja. Juwelen. Wow, Juwelenhorte. Äh, was ist das bei dem jetzt für Kacke drauf? Oh, geil. Oh, nice. Das nehm ich jetzt mit. Nicht. Hallöchen. Boah. Da ist einer unsichtbar. Da ist einer unsichtbar. Glocke drauf. Pass auf. Pass auf, dass du nicht gebannt wirst, Mark. Was? Kann man gebannt werden? Dauer? Hallo, wenn der mach... Der hat grad im Chat... Ich seh grad hier so eins, drei, vier, fünf, sechs, so mindestens zehn Message deleted. Wenn man das zu oft macht, ich weiß nicht, ob man gebannt wird. Nein. Probier's auch was. Läuft. Uuuuuh. Leichtwüstigkeit. Und, die sind jetzt... Nein. Einer fehlt. Nein. Oh, jetzt gibt's Säckchen. Vom Tyrael. Säckchenthalen. Kannst richtig schön die Eier kraulen. Vom Tyrael so. Oh. Nimm's in den Mund. Boah. Oh, jetzt gibt's Säckchen. Vom Tyrael. Oh. Was war denn? Was war denn? Da steht er. Nichts Gutes drin, wovon wir wetten. Boah, nice. Elf Blutsplitter. Okay. Immerhin ne gute Hose. Guter Hammer. Ich hab hier noch ein Zwei... Äh, äh, äh... Schau dir mal den, den, den Streitkolben an. Oh, nur Moment. Wow. Komm gleich durch. Ja, plus 32% Schaden. Der, der, der Streitkolben bei dir. Ja. Ja, ja, ja. Äh, willst du den haben? Der gibt mir nur 1% mehr Damage. Ja, dann, dann werd ich schon... Ist da Stärke drauf? Warte, war da Stärke drauf? Ich weiß das gar nicht. Schicklichkeit. Trotzdem mehr Damage. Nice. Das kann ich rollen. Was? Schon für zwei? Jawohl. Ja, ja, ja. Mach'ma. So, Müll... Müll, 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 Müll. So, erstmal ein Spiel auf Level 10 hoch. Uh, es ist teuer. Scheiße. Okay, Stufe 8, 3 Viertel. 4 Fünftel. So, ich würde sagen, wir machen Akt 3 gleich. Warte, wäre nicht im Helm ein Sockelgut für mehr Erfahrung? Hm. 5% mehr Erfahrung. So. Äh, nein, nein, nein. Ich fang jetzt nicht. Ich muss Stufe 12 sein, damit es funktioniert. Das kann ich noch nie machen. Kannst du schon Sachen verzaubern? Nein, nein. Okay. So, wie seh ich denn aus? Boah, richtig sexy. Du hast schon wieder Edelstände gesammelt. So, Basionstiefen, Ebene 1. Ich upgrade mal den Schmied. Ich bin Level 9. Was? Man schmied? Ja, ich bin fast Level 9. Fehlt noch einmal. Okay, warte. Ja, die Viecher schaffe ich schon allein. Bloß dauert ein bisschen. Durchs Ranziehen getötet. So. Wir machen Tötet Hauptbahn Gale. Und ein paar Gegner noch. Na komm, schlack. Was sagt denn dein Ping? Ich sag, ich hab bei mir 94er. 80. Ah, okay. Ich stream. Und hab einen fast so guten Ping wie du. Nice. Läuft. Kann ich nicht überspringen? Nee, lass die Tür zu. Oh, nochmal anziehen. Zack. Hallöchen. Hallöchen. Das Ranziehen macht so viel Damage. Ah, du machst das schon. Ja. Ich bin ja auch fucking Mönch hier. Glocke drauf. So. Ein paar Gegner brauchen wir nur. Ja. Ein Säckchen. Wo? Ah, da. Ah, ja. Hab ich nicht schon büten da? Und stürme das so? Ja. Nice. Perfekt. Stufe 25. Besser als springen. Wie? Welche springen? Achso, das ist von Barbaren. Mensch, Mark, was willst du denn in den Chat unbedingt reinschreiben? Man darf keine Links posten. Das wäre kleine, geile Motherfucker so. Stimmt. Ja, richtig geile Motherfucker. Geht's denn ja lang? Hier oben, oder? Wir müssen doch noch, ähm, Gegner töben. Töben? Töten. Töben. Töten, ne? Entweder hier unten. Töten. Da sind noch ein paar. Ah, da sind noch welche, warte. Muss man hier echt jetzt jede Ritze auslutschen. Damit wir die Gegner schaffen. Die letzten 16, oder was sind das? Kann man ja da rüber? Du kannst da rüber, aber kann ich da rüber? Ui, Hallöchen. Ja, Marsch. Bis dann! Mofa. Ah, da sind sie. Warte, ich hab sie. Das sind aber nicht 16 Stück. Ah, da sind noch blaue. Natürlich. Was denn auch sonst? Ich geh mal eins weiter. Ja. Wahrscheinlich stoppt jetzt was Legendäres. Ist mir auch egal. Ich trink das Lücken, ne? Naja, trink du nur. Machen wir auch irgendeine Pause rein, oder? Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Komm schon. So. Ich hab's gesafft. Yeah. Wo ist er denn? Da. Boah. Also Mr4 schreibt gerade, er ist 10 Minuten gebannt. Ah, cool. Über Steve. Mensch. Was hast du denn geschrieben? Das gibt's doch nicht. Wer hat dich gebannt, Nightbot oder Mobot? Dann kick ich ihn. Das ist OP. Ja, Nightbot. Ja. Boah, Hallöchen. Na komm, stirbt. Stirbt! Zack. Hallöchen. Der wirbelt da durch, der Typ. Das werde ich nicht tun. Ich seh gar nichts los. So. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise. Bin ich leise? Zu leise? Ich weiß nicht. Ich hab mein Mikro ein bisschen weiter weg gemacht. Ähm, was ist das für ein Nasepopeln? Ähm, was ist das für ein Nasepopeln? Äh, was ist die zweite Ebene? Ich glaub, sie ist bei mir irgendwo. Glocke! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, blaue, nice. Bleib doch mal hier. Hab gesagt, bleibt hier. Glocke. Wie sie wegrennen wollen, aber schaffen es nicht. Nein, ihr bleibt... Hier geblieben. Glocke! Zack. Bei mir geht's glaub ich weiter. Mal gucken. Oh, ich weiß nicht. Oh, oh, die explodieren doch. Oh, oh, oh. Hm. Blu, blu, blu. Bei dir lieb was legendäres? Nein! Warte, wahrscheinlich geht's bei mir weiter. Ich wollt's sagen, wir treffen uns in der Mitte. Äh... Glocke! So. Ach, das sind blaue. Bleibst du da. So. Ja, ich komm mal zu dir. Ich glaub, es geht unten weiter, oder mittig. Mittig. Ich popp nicht auf dich gleich. Oh, ich bin ja neben dir. Da liegt ein Ring. Sehr schön. Danke, Sandro. Bitte. So, 10% mehr Zähigkeit. Immer wieder. Blau? Warte. Warte, ich frage mal. Der hört mich ja nicht, der Mr. Fears. Was hast du denn geschrieben? Oh, Steam-Zelon-Spiel. Äh, okay. Ich pop mich mal auf dich. Geht's mit dir weiter, oder bei mir? Bis jetzt hab ich mir nix gefunden. Wahrscheinlich hier. Du hast aber sehr viele Viecher übersehen. Ich bin einfach dran vorbeigerannt. Weil ich... wir wollen... wir wollen hier in die zweite Ebene. Hab mal Fuck ausprobiert, schreibt er. Was, wenn wir einmal Fuck schreibt, dann kommt es schon zum Bann. Irgend... und irgendwas mit geiler alter Sack. Weil wir ja geiler alter Sack grad gesagt haben. Oh, nice. Ja, mit sowas muss man einfach rechnen. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht auf den Message-Death geklickt hab. Ja, das kann passieren. Warte, ich frag ihn mal schnell. Ich... hab's glaub ich gefunden. Hat dich Mo-Bot... oder Night-Bot gebannt? Was hast du gefunden? Boah, nice, Sandro. Du bist richtig geiler... Ich... ich benutze dich jetzt als... als Fährten-Leser. Wo geht's lang? Ich drück meine Nase auf den Boden, oder Stöffel da dran? Ja. Er ist noch immer am Leben. Er ist noch immer am Leben. Die brutzeln richtig geil in deiner Magma. Ist alle drauf. Krasser D-Lay im Scream. Wie krass ist denn der D-Lay? Ich glaub ich hab ne Minute eingesteckt. Was ist denn der D-Lay? Was ist denn der D-Lay? Was ist denn der D-Lay? Gissin... Verdammt, da kann ich... Verdammt, da ist die Tür. Aber da kann ich durch, verdammt. Meine Truhe. Ein Bogen. Also, kein legendärer, blauer. Das Tiefelchen. Aber jetzt kann ich wieder schmutziges Zeug schreien. Glaub ich dir. Hm... Wo geht's denn hin? Ah. Ich glaub du solltest den... Ding raus machen. Wen? Für den Spaßfaktor. Wen raus? Ja, dass man keine Worte schreiben kann. Das ist schlimm. Mobot, Mobot. Du wolltest auch. Also beide. Hast du den, mein Digga? Ja, komm. Was soll denn da? Ah. Den müssen wir sogar killen. Da muss denn wieder hin? Ah. Nice. Er lebt. Natürlich lebt er. Boah, da ist ne Armbrust. Oh, jetzt geht's los, Digga. Kommt da nicht noch was? Ah. Na. Also, zum Racki ist er übergangen. Okay. Okay. Erstmal verwirschen. Wurde eigentlich der Schmied neu desigend? Wer? Der Schmied. Äh, weiß ich gar nicht. Betrete den Tunneleingang. Okay. Stufe 27. Zack. Ich nehm die Heilbrunnen nur mit, wegen der Rung geschafft. 500 Heilbrunnen gibt eine und 5000. So. Da oben ist die Kiste, glaubst du, die seh ich nicht. Hä? Spiel. Die sind überall Leichen. Da war noch ne Cobb-Mission. Machst du die grad? Äh, da waren sogar zwei. Sollen wir die machen? Ja, die schon. Die ist einfach, glaub ich. Ja. Stell dich mal da oben hin. Ich glaub, da, da kommt dann so ein Viech. Kommt Viech auch gekrabbelt. Ich mach die unten. Hier kommen sie! Hier kommen sie! Angriff! Ja. Sehr schwer. Glocke drauf. Ah, jetzt kommen auch Fliegviecher. Ansturm. Au. Die Bots können gern bleiben, schreibt er. Also er will nicht, dass wir die... Warte. Glocke für das dicke Viech hier. Zack. Oh, warte her. Oh, 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 oh. Ranziehen, ranziehen. Nein! Nihihi. Nihihi. Das ist der letzte dieser kreisenden kleinen Teufel. Ist da nicht noch ein Gold, ne? Ja, der ist er doch. Okay. Glocke drauf. Glocke drauf. Ich hab ne Laste. Oh, hat das weh getan. Wieviel Punkte haben wir denn schon? Äh, Punkte? Erfolge. Glocke. Nicht sehr viel. Glocke. 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 Ich warte auf dich, ne? Zack. Hii… Du-dun-du-du-du-du-du-du. Wirst wir mal rein? Ne. Nee. Einfach durch. Na, du kommst wieder hoch? Ja, natürlich. Aber runter wird jetzt schwer, weil ich Abklingzeit brauche. Rotte? Hey. Ah, sind wir auf lau? Ja. Na, jetzt warte ich, zieh sie hier rein. Ah, ich hab ein Schild. Der aber nicht. Sehr schön. Ah, da ist es ja. Was war denn, mal den Weg für... Naja. Ja. Ein bisschen. Blauer dahinter. Glocke drauf. Nochmal Glocke, zack. Alle Gegner töten, okay. Ah, ja. Ich geh mal hier lang. Vier noch. Hier sind zwei. Wir sind die letzten zwei. Okay. Nice. So, Turm der verdammten Ebene 1. Hier ist ein Erfahrungsbrunnen. Oh. Ja. I'm coming. Warte, ich komm doch hier durch. Okay. So. So, ähm, bedeutet die zweite Ebene. Und dann? Ähm, Graf von Galash. Okay. Das kann der. Der ist blau. Ah, das ist ja aufgeteilt und zwei. Ah, da oben ist er. Ich übernehme den O-Bahn. Oh. Jetzt noch mal aufgeteilt. Ah, unten ist da noch einer. Da fliegen ganz nur und dann. Verdammt, das macht kein Damage. Alter. Alter. Junge. Will denn der hin? Gibt da noch einer? Ja. Ich hab zwei oben. Hast du hier und dann gemacht? Sind noch alle tot? Nein, unten sind noch. Einer ist entkommen. Einer ist entkommen. Aber schon was der Job. Der Job, doch nur diese blöden Kristalle hier. Ich glaub, in Tier 6 wird er geil. Ja. Ja, vor allem bei so einer Goblin Rift. So, ich muss mal kurz zurück. Ich bin nämlich voll. Und da ist ein Erfahrungspool. Ich komm gleich. Ich bin grad wieder am Verwerten. Tja. Ne. Was? Nimmst du das jetzt ohne mich, oder wie? Den letzten beißen die Hunde. Äh, so. Wieder zurück. Ich muss doch noch ein bisschen was einsammeln. Da liegt noch ein goldenes Schwert und... Trümmerteile. Dann kann ich mich direkt auf dich porten. So. Die wollte ich jetzt nicht aufnehmen. So. So. Komm zu dir. Ja. Ja, den soll ich jetzt nehmen, oder? Direkt. Ja. Als ich hätte sich direkt reinstellen müssen. Geht's nicht weiter. Wieso stehst du jetzt nur rum? Weil ich glaub Fähigkeiten mach. Ah, okay. Mach ich erst nach dem... Kapitel. Ja, kann nix. Nice. Äh, ja. Ne. Hm? Okay, wir müssen ein paar Gegner töten. Und zwar 40 Stück. Darauf kümmere ich mich mal. Eigentlich schauen wir mal, wo der Dicke ist. Ja. Ja, die Hand ist im Early-Game ziemlich okay. Da stimme ich dir zu. Wenn einer Platz platzen, alle. Stufen 29. Ach, 40 haben wir schon. Okay. Ist'n der? Irgendwo dahinten bei mir. Ah, da. Einmal Ding drauf und weg ist er. So. Ja, Brottslein. Ähm, so. Wir müssen auch eben jetzt zwei. Dämonen, hast du's noch? Ach, den müssen wir gleich töten hier. Ja, ja, ja. Ja, das machst du schon mal. Ich muss ein kleinkommen. So, haben wir den. Kommt sich raus. Ja, diese blöden Wände, ne? Dämonentore zerstören. Wir müssen hier Dämonentore zerstören. What the fuck? Die Quest ist mir auch noch neu. Oder gab's die schon? Mh, nein. Also ich weiß auch nicht. Nee, das ist ein verrückter Tor. Das ist kein Tor. Also hier oben ist schon mal eins. Mh, ich bin glaube ich so nach dem Zweiten. Wow. Ah, da kommen Viecher raus. Okay. Äh, da kommen da viele Viecher. Juhu. Macht Spaß. Ranziehen und Glocke drauf. Ich glaube ich auch eins. Das ist ein Neu-Quest. Die gab's. Also die kenne ich bis jetzt schon nicht. Hör mal kurz die verfluchte Truhe hier. Ein bisschen EP-Farm. Oh, Hallöchen. Erstmal RB markieren. So, fertig. Liegt da irgendwas Legendäres bei mir oben? Nein, aber ich hab die anderen zwei hier. Okay, warte, ich komm zu dir. Ah, schön. Neuer Gürtel. Schau mal, ob da alles rauskommt. Ich hab nichts gemacht. So. Jetzt aber. Halleluja. Kann ich da hoch? Ja. Komm doch mal her, hier. Truhchen. Äh, Truhchen sei schon aufs Glöckchen. So. Kommt er an uns ran, der Wurm? Nein, du blöder Wurm, du. Weißt du, ich wollte eigentlich, dass er auf dich geht. Ja, ich hab nur eine Warte drauf, dass da irgendwie zwischen uns kommt. Ja, die Tür reingehaut. Ich hab noch ein bisschen Platz. Nichts Legendäres. Nichts Legendäres. Müll, Müll, Müll. Müll, Müll. Ah, das ist gut. Ah, okay. Was ist eigentlich wichtiger? Den Schmied erstmal auf Stufe 12 oder 10? Was sind die höchsten? 12. Oder die Verzauberin. Mystiker. Ah, ich glaub das Schmied. Schmied, okay. So, Stufe 9. Stufe 10. Meine ist 10. Ja, jetzt wollte ich auch diese komischen Flaschen. Ja. Die gibt's aber erst auf Level 61. So, die Mystikerin ist Stufe 5. Akt 4. Akt 4. So. Äh, hier. Äh, wo gehen wir hin? Ich hab uns irgendein genommen. Okay, ich komm zu dir. Oh. Erstmal ne Goldene Rüstung gedroppt. Ich hasse diese Viecher, ne? Oh, ja. Nicht weg, Pforten. Ich erwisch dich nicht, ne? Zack. Soll ich bei dir in der Nähe bleiben, oder? Ich weiß nicht. Ach, das ist mir eigentlich relativ. Ich komm mal zu dir. Hey, hier geht's sogar lang. Ich zieh's jetzt zusammen, warte. Mach mal hier irgendwo deinen... Habe ich grad nicht. Okay. Glocke. Glocke. Ach, safe. So, nice. Das ist gut. Nimm's dann eben gleich. Yo. Das war ein guter Treffer. Tü-tü-tü-tü. Was ist das hier machen? Mhm. Den gesegneten Altar rumbetreten. Hör doch einfach auf, mich wegzuschieben. Oh, raus. Gibt er immer noch? Ja, nicht mehr. So, mehr Damage. Perfekt. Bisschen wieder durch. Ja. 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 Was sind die Blauen hier? Der ist immun. Verdammt. Bleibst du da? Ist ja schon wieder immun. Kein Pöller. Du nur davor stehst. Ja, ich muss grad ne Fähigkeit durchlesen. Du kannst doch mabbern. Na, von der Armschiene. Geht's nicht lang? Ring. Okay. Hier geht's nicht lang. Ähm, ich glaub, ich hab das Tal, äh... Ah, legt was legendäres. Danke, Sandro. Bitte. Und zwar... Lass mir unten lang gehen. Warte. Äh, Plan. Und zwar... Was? Pendergast? Ja, keine Ahnung. Sag mir nichts. Hm, unten oder oben lang? Unten. Der Stream hängt bei Mr. Fears immer. Ab und zu. Ähm... Höchst. Also... Wie, wie... Was meinst du mit Drops? Warte. Also, Frame Drops hab ich nicht. Hm. Das ist hier nach unten, da wo? Ja, auch. Ähm, nee. Geht's hier lang? Ah, geht's am Anfang, oder? Wat? Achso. Nach dem Eingang rechts runter. Ja, da. Könnte sein. Achso, liegt an ihm. Also, bei mir steht grad da, ich streame 3000 KBS. Und es ist grün. Das heißt, eigentlich keine Connection-Probleme. Es sei denn, OBS lügt mich an. Nee, was? OBS doch nicht. Ja, hier geht's lang. Einfach rein. Kein Bock mehr. Oh, diese Höhen. Was für Höhen? Was ist das denn für eine Errungenschaft? Achso. Okay, ich muss die ganzen Viecher killen. Das gibt Erfolge. Aha. Nesterhöhlenbrut. Alter. Was ist das Ereignis? Was ist das hier? Achso. Von hier über dieses Dreckst du hier weg? Bis hier hinten. Ja, warte. Ich geh hin. Da ist er. Ich betäubel ihn mal. Da ist er wieder hochgeportet. Der haut ab und spawnt hinter sich die ganzen Flutflücher. Das ist auch eine neue Quest. Die kenne ich auch noch nicht. Ich verfasse ihm mal die Hand. So. Zieh die Penner zusammen. Danke. Wie viele ist das geworden? Ah. Ich fahre ja gar nicht mehr auf. Kann man gut fahren. Ja. Sind unten noch welche. Ah, war schön. War schön. Warte. Alles nach oben. Das sind immer noch Viecher. Das ist nicht möglich. Ich mach die noch fertig. Die kleinen Viecher hier. So. Dann liegt da immer noch einer. Jetzt aber nicht mehr. So. Ich spawn auf dir. Irgendwas Gescheites gefunden. Uh. 45% mehr Damage. Nice. Ah. Die Truhe. Ich zieh ran. Hab ich auch mal. Aber schon wieder so Portale. Ja. Die sind eh gut geil eigentlich. Eigentlich super gut zum EP Farmen. Auf zum nächsten. Okay. Langsam geht's. So von der Geschwindigkeit. Ja, ist recht gut. Glocke drauf. Fertig. Hier ist der nächste. Ja. Ist der nächste wieder. Ja, ja. Mach schon. Okay. Hier ist ein Goldeneer. Mordi. Ich komme. Wo ist er denn? Ah, da. Tot. Ja, tot. So, werdet rausgeschissen. Los. Oh, ja. Alle auf Endfleck. Nice. Schon fertig. Oh, ne Truhe gibt's auch noch. Ist ja nett. Ah, links, oder? Ja. Ist das letzte? Ne, unten ist das letzte. Okay. Ja. So, tötet Gegner 50 und Kymaris. Okay. Gesunden lang? Ja, mach ich. Oh Gott. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Du kleiner, geiler Stecher. Oh. Alter Fattel. Oh, Lüche. Na, wie denn hier? Verziehe die doch nicht die ganze Zeit. Du wirst sterben. Früher oder später. Krater. So. So schnell müssen wir eigentlich immer sein. Wie geht's in den nächsten Krater? In die nächste Ebene? So, die Gegner hätten wir schon mal. Gleich. 49. Ja, ist so. Ja, ich bin auch da. Ich bearbeite ihn schon mal. Okay. Ah, welche? Warum soll das? Ja, mal mitgebracht. Als Geschenk. Der sah ja vor uns alleine aus. Schön da geblieben. So. So, auf nach Süden. Unten, ne? Ja. Versucht und schreien, Leute. Okay. Einfach durch. Ah, blaue. Die nehmen wir mit. Ah, hier hast du noch einen goldenen auf. Gib mir auch mit. Die schreien nicht schon auf meinem Ding. Aber ich schick's mal weiter runter, ja. Mit der Glocke ins Gesicht. Ich schau links. Ach so, ja. Dann schau ich. Ich krieg's. Mein, hier sieht's auch gut aus. Ne, doch nicht. Schade. Und schau ich noch weiter links. Zack. Kurz gehangen bei mir. Als ich reingedashed bin. Aha. Aha. Schon wieder. So ein Mini-Ruggler. Jetzt nicht mehr. Also ich hab nix. Bei mir, bei mir, bei mir. Ganz oben, links im Eck. Ich leute ihn aber noch nicht. Jo, ich kenne ihn geportet. Jo, hier gibt's noch Erleuchtungsschreien. Den nehmen wir vorher. Nein, warte auf mich. Ja, die nehmen wir vorher. Vor dem. So, da bist du. Ich mach mal kurz den hier auf. So, jetzt. Ich zieh ran, warte. Welle 1. Und ranziehen. Und ranziehen. Und ranziehen. Schaffen wir. Nächste Welle. Wir müssen nur ranziehen. 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 Hast du Säule im Weg? Ja, die nächste. Alter, Vater. Ich muss mich hier hinstellen. So, ranziehen. Ranziehen. Oh, die hauen ab, die unteren, die Scubus. So, den haben wir auch. Gibt da noch jemanden? So. Ranziehen. Ranziehen. Säule drauf. Ranziehen. Ranziehen. Säule drauf. In der Hand. Oh, das ist noch einer. Oh. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Da lagen so viele Leichenteile. So. Nice. Auf zum Tyrael. So, dann haben wir alle vier Säcke gefarmt, oder? Ja, es gibt noch ein Kapitel, ne? Fünf. Oh. Du Bongo. Wir haben die Erweiterung. Sollte eigentlich nicht ein Säck, das mal rauskommt? Oh, warte. Weiß ich nicht, aber für 30 Euro. Warte noch kurz. Oh, ich hab... Alter, ein Amulett. 4,9% mehr Schaden. Okay. Kacke, 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 kacke. Müll, Müll, Müll. Das ist gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. So, dann mach ich mich mal an den Edelsteinen-Ding jetzt. Anziehen. Ja. Das kann ich auch noch lernen. So. Haben wir jetzt ein Säckchen? Nee. Nein, das nicht. So. Bitte was Legendäres. Ja, Beinschutz. Oh, das hab ich... Ich kann das Edelsteine, die man immer aufgesammelt. Ich weiß, automatisch. Das ist der Nachteil, ne? Im Arsch. So, erstmal hier rausfinden, was es ist. Ne Hose, bitte. Ne Gute. Yes. Ähm, brauchst du die Transmoor? Stimmt. Naja, kann nicht. Hier. Kann nicht. Okay. 4% mehr Damage, 11% mehr Zähigkeit, 2% mehr Geholung erhaltet. Eine Todes-Aura, die gegen... Ach, Ratz ist das. Bist du wie Chrom. Ja. Ich mach mal ganz kurz Licht an bei mir. Bei mir ist Licht an. Für den Greenscreen schon die ganze Zeit. So. Es ist so hell. Ich sehe nix mehr. So, warte. Okay, der Juwelinschmied ist Stufe 8. Aber gut. Aber warte, ich kann auch wieder was machen, ja. Kann ich den Zmaragd? Ja, klatsch. 15, 20, ich nehm mal den. Okay. Ah, warte. Wo hast du nochmal Erfahrung im Kopf? Leben, mehr Gold. Gegenstand. Was gibt nochmal Erfahrung? Ähm, der Rote. Ah, der Rote, ja. Machen wir einfach mal den Kopf rein. Ja, 7% ist 7%, ne? Besser als nix. So, jetzt kann ich mal die neuen Fertigkeiten ausprobieren. So. Welchen Blitz hattest du eigentlich mal bei den Donnerfäusten drin? Den ersten? Den Donnerknall? Ich weiß es nicht. Donnerfäuste, belegt getroffen, betroffene Gegner, 6 Sekunden mit der statischen Aufladung jedes Mal, wenn ein Gegner mit einer statischen Aufladung getroffen wird. Bestimmt eine Chance, dass alle Gegner mit der statischen Aufladung umkosten. 40 Metern, 180% Waffenschaden verursachen. Nice, cool. So, haben wir das. Was gibt's beim Dashen-Noise? Hier, Rasenangriff. Erhört nach dem Einsatz von Rasenangriff. Ausweichchance. Aufladungen, 3, oder die Ausweichchance erhöhen. 4 Sekunden lang. Was ist besser? Ich hab immer das zweite Karten-Ausweichchance. Hm. Explodierende Hand mit... Cool, Geisteskraft-Regeneration geht auch. Cool. Glocke, entfesselt Energiestöße, die gegen... ...Feuerschaden ist auch geil. So, ich kann noch ne Passive reinhauen. Hm, was hole ich denn hier da? Aha, hm, hm, nein. Jeder verbrauchte Punkt der Wettbewerbskraft heilt euch um 9%. Nein. Wenn ihr Gegner Schaden zufügt, die mindestens über 75% Gesundheit verfügen. Wird eure Angriffsgeschwindigkeit erhöht? Nein. Hm, hm. Nein. Hm, hm. Da hört sich das ganz gut an. So, ne? Was haben wir hier? Reduziert die Kosten von Zyklonschlag auf 26 Geisteskraft statt 50, okay. Erhöht die Distanz über die Gegner. Angezogen werden auf 34 Meter Distanz erhöhen oder weniger Kosten? Ich glaub, Distanz. Ähm. Größere Distanz. Weiß nicht, so wie es lieber spielst. Mit höherer Distanz finde ich's besser, weil ich bin jetzt schon auf mehr Geisteskraft-Regeneration gegangen. Oder? Die passive war doch Geisteskraft. Ja. Hm, okay. Aber hier hau ich mal ein anderes Mantra rein. Sollen wir mal ein bisschen höher stellen? Schwierigkeit, ja? Hm. Weiß ich nicht. Warte mal, ich glaub, ich hau das hier rein. Feuer. Teleportiert euch zu den Gegnern und erhöht den verursachten Schaden. Let's. Okay. Gut, was machen wir jetzt? Gute Frage. Ich hab 21 Rift-Keys. Ich würd sagen, wir machen noch Kapitel 5, oder? Können wir machen. Hm. Wir haben einen guten Schütte-Schutz. Fahre, der versuchen können. Verschafft Lord Kertis und sein Diener nun ewige Ruhe. Ah, sind wir gleich da. Ja. Coolen Ring. Der ist kacke. Ich find die Distanz besser zum Rand ziehen, Shane. Müssen wir den hier bekämpfen? Ja. Ah, ja. Den oben. Den Mofaka. Oh, ein Tod. Schlag der 7 Fäuste macht richtig viel Damage. Ich weiß. Habe ich dir auch gesagt, weißt du. So. Schon fertig. Das ging aber schnell. Festung? Das Wahnsinns, oder? Wo bist du? Ähm. Tötet irgendwie. Keine Ahnung. Aber das nächste. Tötet irgendwie, ja. Keine Ahnung. Verschlein in der Nähe. Okay. Alter, schlackt jetzt die Fäuste. Zack, weg die Sau. Okay, ähm. Jetzt müssen wir noch Gegner treffen. Ah, nach Osten. Ja. Oh, durch. Wow. Hast. Alter, ich bin eingefahren. Schon wieder. Ich zerfrih mich an Dauernein ein, hier. Oh, der Verhängerboy getötet. Schlag der 7 Fäuste. Ich glaube, schlag der 7 Fäuste sollte ich lieber dran haben. Statt Mantra. Ja, wie du weißt. Ja, hast du gerade gesehen, wie wir die Blatt gemacht haben. Ach, schlatsch wieder. Wie geht's denn hier weiter? Ach, das ist ein Goldner. Zack, da war ich immer drin hängen, in dem scheiß Ding. So, mal hier. Zack. Ich glaube, ich brauche die Armschienen, wo ich mit Teilkugeln meine Geisteskraft wieder her erlangen kann. Okay, das ist für Malta, ja. Echt? Oh. Wollen wir den machen? Oder müssen wir den machen? Bringt da nichts auf Level 34. Ja, glaube ich auch. Wir müssen Gegner killen. Ich weiß, wo Stufe 35. Ich glaube, der... Alter, legt das. Ich glaube, der Edelstein, der macht schon was aus, den ich jetzt im Kopfschutz drin habe. Ja, nee. Du musst rüsten, den Kicker killen. Nein, doch. Zack, 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 zack. Und noch so ein Ding. Äh, 20 noch. Ja, klasse, die sind hier unten. Im letzten Level irgendwo noch. Gibt's die nicht da unten? Geht's da weiter? Ja, mir geht's schon weiter. Oh. Oh. Ähm. Alter, wie wenig Gegner es hier gibt. Das finde ich schon irgendwie merkwürdig. Ah, doch. Da kommen welche runter. Okay. So, 85. Ich glaube, auch noch A2 gehabt. Geht jetzt noch den Stein, ne? Oh. Oh. Mir geht's auch noch weiter. Das werde ich nicht tun. Zack. Okay. Du machst das schon. So, nach oben. Du hast die ganzen Throne aufgemacht. Malatrask den Schänder. Okay. Äh, okay. Hihi. Boah, dich lieber gleich auf mich. Mach ich. Okay. Zack. Oh, da kommen noch mehr von oben runter. Ist ja nett. Ein Empfangskomitee. Sind sie tot. Oh. Total liberal ist hier, ne? Schreiender Gunst. Und hier ist noch eine Tasche. Schnell durch. Ah. Das ist nicht möglich. Ah, Wünnchen. Geh mir hier oben lang. Passt schön. Hier auch. Ich vernahm einen Klang. Ich vernahm einen Klang. Der labert der Typ. Ich könnte ihn nicht mal. Oh. Nein. Ich bin gestern. Ja, klemmt mich da ein. Das ist einfach draufgegangen. Ich weiß nicht, wo du bist, aber du bist vor mir. Ich glaube, wir sollten jetzt split pushen. Ich gehe top lane. Nein, da bin ich. Aber bei mir ist der dicke Post. Ja, bei mir sind aber noch die kleinen Viecher. Das ist ein und ich bin gestern. Ja. Ja. Da bin ich da draufgegangen. Das ist ein und ich bin gestern. Ja, ich bin gestern. Nein, wir haben noch. Man ist wohl 8. Man ist wohl 6. Kein mehr. Okay. Geht bei dir was legendäres? Nope. Gut. Adelsviertel. Der Mr. 4 schreibt Puh, seine Geisteskraft lässt auch gerade nach. Hey, wir sind erst Level 35. Ja, da muss noch was. Da muss noch. Mindestens. 12 schafft man das. Wie 12? Paragon 12. Nein, 12 Uhr. Ja, wahrscheinlich. Oh, komm. Hallöchen. 36, geht doch schon schneller hier. Ein bisschen. Vielleicht sollte man auch online machen. Ja, online geht wahrscheinlich auch schneller, oder? Erfahrungsbonus. Können wir vielleicht einen Ticken höher stellen auch. Ja. 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 Läuft. Ja. Und es ist cool. Warte kurz die P-Farm. Komm her. Oh, hallöchen. Zack. War da was? Nee, glaub nicht. Nee, glaub nicht. Zack. Hier nichts mehr habe Geisteskraft. Ja, was kann denn das? Todessphäre. Oh. Ach, die ist weg. Ach, die ist weg. Okay. Ich dachte schon. Ähm, ich hab keine Ahnung. Ah, ne goldene Truhe. Da ist ein Ring rausgekommen. Äh, ist das ein Silberner? Das ist ein Silberner. Das ist immer ein Goldner. Ja. Das ist jetzt mal da. Zack. Zieh dir mal alle da rein. Warte. Ich muss da hinkommen. Ich komm da nicht hin. Okay, jetzt sind wir schon down. Ich weiß nicht, wie geil es aussieht. Wie vom... Meine nicht, ich hab auf Wiederholen geklickt. Kein Goblin. Ja, ich bin doch eigentlich laut. Da ist ein Goblin. Ja, warte mal. Ich fülle gerade meine Geisteskraft auf. Rein da! Ach, das ist so einer. Ein normaler. Ein normaler, ja. Das ist toll. Ein normaler. Nothing. Ach, voll. Schon? Warte, ich lass hier mal einen Kollegen hier. Halle ich ihn. Bin ich nicht nett? Ja, total. Ich mach währenddessen mal das dritte... Portal. Halle ich ihn. Zack. Ach, da ist er schon. Oh, der geht mir hart aufs Maul. Aber nicht so hart. Weil ich ihn platt mach. Käpt'n Schlain. Schacher. Noch ein Ring. So. Wäre ich mit Sicherheit gestorben. Zack, da ist er tot. Okay. Zack. 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 Ach ja. Ach Gott, Fuß. Nix kann er. Ein Fußchen. Hallöchen. Ah, am Plan. Cool, danke. Ja, bitte. Bin ich nicht nett. Da war aber noch ein Goldner. Ne, da hab ich auch schon getötet. Okay. Gut, das war's. Auf nach Westmark. Beide noch. Ich hab zwei Ringe schon wieder gefunden. Läuft. Beutelscheren. Hm? Ah, da. Hab ich gar nicht gesehen. Du stehst im Weg. Ich kann da nicht draufklicken. Ich auch nicht. Der ist gut klickt. Zack. Warte, mach mal hier die... Los. Mach mal frei hier. Oberkörper frei. Schließt das Ereignis, dass der Fluchte vorrum in der Altstadt ab. Wo ist denn die Altstadt? Ah, wird schon blinken. Geh mal nach oben. Geh mal nur nach unten. Das werde ich nicht tun. Hektar, aus dem Weg. Bis zur Altstadt. Zack. Schatzgoblin bei mir. Ich glaub, den schaff ich auch ohne dich wahrgucken. Er ist bloß ein Gold nur bei oben. Ja. Er hat nur Gold. Oh toll. Hier ist er gestorben. An der Treppe ist er gestorben. Ist mir egal. Ja, ich hab jetzt wieder 38 Grad Gold. Ich glaub bei mir geht's lang, oder? Ah, ich gern meine Freunde. Ich hab keine Ahnung. Oh, hallo. Oh, Eis. Oh, Eis, 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 Eis. Oh, Eis, 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 Eis. Was? Bei mir ist... Bei mir ist ein XP-Ding jetzt. Ja, nimm's ohne mich. Ich glaub bei mir geht's weiter. Ich glaube, aber... Forsch mal du weiterhin. Bei mir ist auch ein XP-Ding jetzt. Was? Hm, da ist kein Platz. Wo geht's denn hier lang, ey? Ich nehm das jetzt einfach. Hast du deins auch genommen? Ja. Oh, okay. Sterb doch einfach. Boah, das sitzt ja nicht. Alter, hier geht's nochmal nach oben oder nach unten. Ja. Bei mir ist es hier. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Ich bin schon am Marktplatz angekommen. Passt doch. Lüchen. Verdammt, verdammt. Tötet 100 Gegner. Okay. Ich hab leider grad kein Rand ziehen. Jetzt hab ich's. So. Oh, die Bogenschützen, ey. Die Nerven. Was ist denn? Das ist fies. Kommt nur die Bogenschütze raus? Jetzt geht's. Halt ich diese ran? So. Ja, in dein Feuer. Bestenfalls. 77 haben wir. Nee, das schaffen wir nicht. Nein, 80, 85. Doch. Oder? Nein. Ah, 2 muss ich hier. 98. Läuft bei uns? Nicht. Boah, komm her, du. Keiner Penner. Und du da hinten auch, ey. Boah, ein Crit mit ranläschen. Okay. Säckchen. Säckchen. Säckchentime. 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 Sind das schon für Kastalle hier? Für Redelsteine? Nein. Immer noch schlechte. So, Müll, 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 Müll. Ah, jetzt schau ich gleich mal hier nach. Boah, ich. Reparieren kostet 95. Richtig teuer. Müll, Müll, Müll. Oh ja, jetzt kommt wieder geile E-Stellen-Power. Ah, der ist gut. Oh, hier ist mein erster Händler. Hm. 6% mit Damage. 9% mit Damage. Nice. So, erstmal 2.000 Damage gemacht. Machen. Sind das auch legendäre Wege? So, Schmied ist auch auf maxima- äh, Edelstein ist auch auf maximal. Lass mal sehen. So, Schmied kann ich? Nee, ich hab keine, ich hab nicht diese Flasche. So, die Handwerkerin, die Mystikerin, die ist jetzt Stufe 10. Und Edelstein. Und Edelstein, ach der kostet 30.000, hab ich nicht. So, wollen wir jetzt Ding machen, äh, wie heißt's? Oh, mein Grüßchen, man sieht ihn. Echt, Zimmern jetzt dauerhaft zu machen? Ist ja doof. Das war, weil ich mich mal kurz hintergelehnt hab. Na, komm. Muss ich das jetzt echt neu einstellen? Das ist richtig premium. Ja. Nope. Nope. Da kriselt's. Wollen wir öffentlich machen? Oder wirst du weiter Bulo? Ist mir egal. Besser. Ja, jetzt müsste ich mal rausgehen, weil wir haben die Baulis jetzt durch. Jo. Jo. Gibt's online schon normale Spiele? Portale? Ja. Ähm, auf schwer gibt's 237. Portale gibt's 11. Meister? Meister? So. Kopfgelder 69. Hm. Was ist denn, Marc? Der Mr. 4 schreibt wieder, lol, Premium. Wirst du mal Profi machen? Ja, mach mal. Mach mal ein Tickchen höher. Hm. Ich mach mal Kopfgelder rein. Ja. Ja, okay. Mein Shirt flackert noch, alles klar. Ja. Aber ich muss ein bisschen mehr reinhauen, sonst sieht man da hinten wieder den Greenscreen nicht. Ich will mich jetzt wieder nicht nach hinten bewegen, sonst... Hm. Hm. Okay, diesmal nicht. Bitte? Hm. Diesmal nicht. Okay. Was sind die denn? Haltende Agonie 1. Die machen Bounties. Ja. Disco Shirt! Oh, 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 oh. Da war's ein Schatzkoppeln. Schatzkoppeln. Wollen wir den machen? Ja, ich mach den doch schon. Ach, das ist bloß ein Juwelenhorte, der kann nix. Au. Ich hab ihn. Einmal hin. Brauch ich nicht. Einmal hin. Wie für nicht, dass das Spiel lauter geworden ist? oder so leise und aus geplatzt ich leuchte im dunkeln natürlich ja online ist es wesentlich geiler wir müssen wir töten krassus krassus ein feiniger richtig geil wie geht es wieder zurück oder falsche also gebrutzelt aber derbe so hier geht es nur zurück das heißt wir müssen unten lang der kreuzschitter ist der gute Kreuzlüpter wir sind alle level 36 das kann ich nicht sagen alter halleluja da geht was ab vor allem die haben Ketten die Wichsviecher Ketten sind immer OP einfach rein hier ich bin raus nein nochmal alles ich muss vier drücken ist natürlich tot gut dass ich dabei bin ich hab die gerade nämlich plattgemacht die Viecher ne der tibi senas hat die plattgemacht ach hier sollte dicke level 39 nice so ich würde sagen fertig wohin jetzt in mit zwei links ja links unten oh da ist gleich ein Viech ach das ist wieder die Quest mit den Befreiungen das ist wieder ein Bilder Sammler oh der ist gut der ist festgebackt oder? ne schade ne schade ne 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 ja so so da ist er weg dann wird es eigentlich nicht aufgesammelt doch ach werden zwar ach werden aber nicht alle ja die müssen in der Nähe sein ich glaube im Umkreis von fünf Metern irgendwie sowas war das nicht zwanzig? echt zwanzig? dachte ich schon ich und der wer ist das? wer war denn das? war das der? war das der Baba oder der Hexendoktor? ich weiß es gar nicht ne das war der andere Mönch es gibt keinen anderen Mönch ne wer war denn das dann? wer kann denn auch von oben diese Blitzattacke machen? diese lila ne? ja das glaube ich der Ding ist der Witch-Doktor ja ok das mache ich einmal drauf das sind die Half-Life dann macht es der Witch-Doktor drauf dann sind die Down die Viecher nice so levelt man ja zu viert ja das läuft ja ganz gut bisschen Combo das Blöde ist das einzige was was nervt ich habe zu wenig Geisteskraft um irgendwas zu machen so befreien wir den mal zack fertig kommt nicht noch in die Kiste? ne ok runter unten rechts hochland das ist ja ganz kurz was was habe ich denn gefunden ach ein Schmiedeplan ok ach das ist ein Stein na komm ich nicht hin kurz na mach einfach mal ja warte noch auf die anderen nimm die jetzt wo ist denn der andere Typ der ist oben nice röchern zusammenziehen rein gesprengkelt ah gute Combo da oben ist es ja zock zock in die Höhle da ist wieder ein Goblin hau raus irgendwie kommen heute mehr Goblins das ist einfach ein guter Server wieder ja die ganze Zeit irgendwie schon wahrscheinlich ist heute der erste Tag da haben sie die Goblinrate um 200.000% erhöht 200.000% ja natürlich einfach alles einsammeln na und das kann ich gleich wieder wegschmeißen wobei warte mal kurz na ok behalte dich mal kurz ich glaub schon aber ich war jetzt mal kurz das hier und dann ist er tot ich bin eingefroren ice 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 baby warte mal hier ice und der Sandrot wieder den last hit natürlich so ein bisschen ring das machen wir später hau uns rein auf der zweiten Ebene wo sind die unten weiter geht's weiter geht's ja hier müssen wir alle töten ja schreiner Gunst zuerst und dann das hier ja geil dass da gleich ein Schrein neben der prächtigen Truhe steht ja nett erst mal voll voll nice schon links gleich was mach ich denn ah es sind auch noch ein paar das ist nicht möglich das ist nicht möglich einer noch ah perfekt level 40 schon nice nice darüber heindes ja alter ich habe meinen Stab gefunden mit wie viel mehr Damage warte 37% mehr Damage nice hallochen zack hallochen ist ja wieder ein Goblin weit läuft's aus da oh ich muss da kurz raus oh ich habe angegriffen ja warte weiter hin bei mir also hab ihn zwei legendäre Sachen Plan ja bei mir auch guter Server guter Server jetzt haben wir dasselben Plan ja ne ich habe Knochenmauer und Laihui Stachi keine Ahnung bei mir ist das Ding und ein Fahrungspool nice warum ist es ja schon die erste Ebene betreten ich muss irgendwie meine Geisteskraft der Regeneration erhöhen äh gibt's glaube ich ne passive ich bin schon 40 kann ich schon ne er ist ab 70 links geht's hier da keine Ahnung das werde ich nicht tun die sind schon mal blau sehr gutes Anzeichen und ein goldener natürlich ha hu du bist alleine merke ich grad warte und raus da du machst es schon da oben ja hoff ich doch oh das ist toll hallöchen ich bring euch mal was mit hier für euch hallo hallo freunde hallo hallo mein freund sie haben mich zurückgegrüßt ja genau aus da hab ihn ich sag doch ich sag doch ich sag doch wie kommst du da aufgang nein wie kommst du da rauf irgendwas brummt bei dir ist wieder ein Lastwagen beigefahren ja jetzt geht die Zeit wieder los ja jetzt geht die Zeit wieder los warum jetzt ja Herr Fühling alle müssen es auf Feld rausfahren hallo hallo oh shit oh shit oh shit zack komm schon hier muss es auch weiter ah ja sehr schön huuuu aber bis jetzt laggt der server noch nicht scheinbar ganz ne war schlimmer letztes mal ja letztes season war es echt ich muss da raus ey die gehen ja aufs Maul die Typen oh und da kommen schon die nächsten also jetzt erstmal in dein Ding reinziehen ins Feuer ja ich hab es auch erst gesehen und schon wieder am Plan ich find grad nur Pläne oh ne richtige Truhe ich muss etwas ablegen was leg ich denn ab weg 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 Stoffer 41 na perfekt kann ich sofort zurück gehen muss aber erst was ablegen sind wir schon fertig? ich weiß gar nicht was ist fertig? ne eins eins ein Level müssen wir noch machen ob wir schon fertig sind mit dem Säckchenfarmen nein 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 ich hab etwas Gutes verwertet nein ach was weiß hab ich zu spät gesehen ich bin einfach zu schnell ich bin einfach zu schnell Dich verwert ich nicht oder? so jetzt erstmal ein paar Baupläne lernen den 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 da kann ich das wegschmeißen den anziehen schau mal da mal schau mal da mal schau mal da mal so dann erstmal den schmied äh jewellenschmied auf stufe 10 nice ich komm zu dir hallöchen wie du schon davon wartest naja du musst das kurz noch warten dann dann haben wir es auch schon hm ranziehen die Penner 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 ah da kommt zu wenig ja und warte jetzt kommt die Glocke die Penner zurück oh nice ein guter Hammer boah da kam ein dicker Prügel raus ich habe auch einen dicken Prügel bekommen so jetzt gibt es ein sechchen Tyrael nichts Gutes Müll 20% 30% hm bei der kann man arbeiten bei der kann man arbeiten ok kann ich schon irgendwas Alter was gibt es denn alles für Amethisten so kann ich da statt Vitalität einen Sockel reinhauen Sächer hat 25.000 und nice nice ich hole hier mal einen Sockel rein erstmal die Dinger aufwerten den Mystiker dann den Mystiker dann so Schaden von 3,9 5 auf 4,088 ok immerhin etwas ah und da oben kann ich den 7% und der gibt Erfahrung 9% raus damit rein damit weg damit mit so so I'm ready was wir mal jetzt die haben ja Akt 1 jetzt ja die lieben jetzt wieder alle die farben nur Akt 1 warum farben die nur Akt 1 weil die halt nur den nacktfarben keine Ahnung nacktfarben ok nacktfarben nacktfarben was habe ich denn für neue Fertigkeiten ok da habe ich erhöht nach dem Einsatz von der Rasenangriff 4 Sekunden lang 4 Sekunden lang eure Angriffsgeschwindigkeit ok ah stimmt kann ich auch mehr machen Sekundenschlag äh Gegner werden für 1,5 Sekunden eingefroren nein mhm feurigere Explosion nein was habe ich hier neues reduziert alle Abklingzeiten um 20% hm ok nix gutes die Musik die grad läuft die passt voll ok naja meine passt grad irgendwie nicht so ganz aber naja wenn du spielst habe ich denn schon 106 erst alter das habe ich meistens nach einer T6 Rift naja eher 80 das ist ne mächtige 2 Hand Waffe Keule ich da hab der hat Zauberkundige 10% mehr Damage 4,5 das könnt ihr noch so alles herstellen hm hm ich muss hier wieder nen Sockel drauf machen ach Vitalität runter damit Sockel drauf oh so wie viel ist das Gold dazu kostet 29 was solls will ich die schon mal verwerten so sind wir wieder allein was machen wir rift ähm neue things suchen wollen wir nicht rift machen online oder alleine ja natürlich online ja online ok lad mich gleich mal ein wie siehst du aus ja ich hab ne garne Keule in der Hand lad mich gleich mal ein in deine Gruppe und nen Stierkopf aufm Buckel ein Portal bring ich schon in den Menü dann war 7 unterwegs ist mir egal auf Meister wären mehr unterwegs ja geh auf Meister ist das besser als Profi ja schwieriger ja hau rein ja aber auch grad auch ziemlich einfach ja die Musik grad eben nein ach hey da sind sie schon gleich rein die Musik geht grad richtig geil ab die Musik geht grad richtig geil ab die Musik geht grad richtig geil ab Hallda hauen die rein ohja ich hab jetzt auch die Uhr an drin ah ok keine Geisteskraft mehr das hasse ich grad eben keine Geisteskraft mehr und der Mäste geht zwei an Ruffeln bin ich nicht nett ich hab ein Lastgeld naja naja ja nicht 21% mehr Zähigkeit von die Schulter Wichser Wichser zack 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 die allgegenwärtige Spinne ey bin ich denn hier ah mittendrin ok ah es sind zwei blaue oder äh goldene denn kriegen wir die erstmal den Linken vielleicht Metman im Linken oh warte da sind überall Heilkugeln oben wieso nehmen wir die nicht oh Ich bin eingefroren Kleine Stecher So Au Irgendjemand ist gestorben Mich sie zerbröselt hat Ist sie wieder aus der Kuh rumgeflogen? Nee Schade Oh ja Es senkt gut die Waffe Okay Ich will hier nur durch Hm? Ich will hier nur durch, die blockieren voll den Weg Oh ja Fick Viecher Oh Blaue Ja Bleib Blaue Nie machen kein Damage, wollte er gerade sagen Naja, ich wollte gerade sagen, es geht voll klar, aber Naja Okay Wenn ich Bärs hier und Uhr anrein haue, dann geht das voll Ja Oh shit Ah, nice Nicht so nice Nice Okay Oh shit Du hast jetzt nie hier stehen lassen, wir sind die Feuerspeier Ist das schlecht? Ja, für mich schon Wie zähl ich halt hast du nur, ich hab nur 45k Ah, 72 Ah, 72 Du kleiner geiler Strich Unten lang? Ja, wir hätten unten lang gemisst Ist das eine Abkürzung Ja Du kannst zwar durchspringen, ne? Durch das Ding Ah, das weiß ich nicht Ich wusste nicht, dass es als offen gilt, wenn man da so eine dicke Wand dazwischen ist Ja Ist das Diablo, ne? Ja Alter Ich hab gerade meine Weg der sieben Fäuste gemacht Er schlagt der sieben Fäuste Und, ähm, ja Ich bin genau dann rausgekommen, als die ganze Kacke explodiert ist Oh shit Hat mir ein Erfahrungspool Weiß ich nicht Au Ich hoffe mal nicht Das ist auch ein Golder nämlich, um den kümmere ich mich jetzt Ja, ich hab jetzt so Arme Au Sobald ich aufgetaub bin Jo Abo an Ich hab jetzt schon ein Golder Die regeln da, ne? Nice Ja, die machen den Damage, nicht du Ja, ich glaub so So, das ist gut Los, guys, um meine Kinder, das ist gut Was? Die sind schnell weg Ach, schade Okay Hallöchen Ich wär um hier in der Zorung Ich bauche, okay Geistescraft, zack, 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 zack. Okay, ich mache sehr wenig Damage mit meinen normalen Angriffen. Ich muss auf irgendein Set jetzt irgendwann mal gehen. Ja, jetzt. Mit Level 42 nicht mehr. Doch! Okay. Sarke hat es gemacht. Oh ja, Sarke. Der weiß, wie es geht. Hat dich beim Bulle getroffen, ne? Oh ja, aber dich bummst denn jetzt hart. Oh, jetzt war gerade hinhocken. Das ist ein Blauer. Bitte, bei mir. Ja. Das ist bei uns gespawnt. Ja, dann bring ich mir glaube ich mit. Pass auf, ich spawne alles. Jo. Oh. Ja. Ruhe an, das rein, das rein. Raus. Jetzt hat er erstmal Hand. Ihr macht das. Ja, das geht so. Jo. Haben wir gemacht. Geregelt. So. Äh, irgendwas Gutes gefunden? Nope. Ich habe das für einen Zauberer gefunden. Was ist bei dir? Mir? Naja, ich kriege hart aufs Maul gerade eben. Ich bin nicht wieder bereit. Ich hasse diese einfrierenden Penner. Ja, in deiner Ulti? Hast du eigentlich schon deine Ulti vor mir? Ja, ja, hab ich. Ich brauche mehr Geisteskraft Regeneration, das ist mir zu wenig. Huuuuhh. Vorne ist ein Pylon. Ja, mach. Nur Müll. Wollen wir nehmen? Ja. Ich werde mich mal so durch. Ja, renn mal durch. Das ist schon wieder vorbei. Der Pylone, oder? Ist das vorbei? Der Pylone macht. Ja, ja. Hm. Aber war sehr schön, wenn wir da zu wabbeln. Verdammt. Komm schon. Gold, ne? Ja. Verbindung. Was? Oh ja. Ich bin jetzt zu langsam. Das gibt's ja nicht. Keine Ahnung. Ich muss wabbeln. Der Mr. 4 schreibt Mädels. Er ist Level 44. Oh, ein legendärer Streitkoll. Cool. Wir strengen uns an. Ja? Hier unten ist nichts mehr. Beile. Wow. Nice. Ein Goblin. Scheiße. Da muss ich durch. Was ist er denn? Stort. Ein Goblin. Wo ist er? Aber so wäre es schon T6 wieder. Ja. Das wäre schön. Ich glaube, das Wirbel-Win-Set ist ziemlich OP. Wo war den Gold denn da weg? Ich bin der Ansaugstutzen. Ich saug die nur hin. Du bist der Ansaugstutzen. Aber ein richtig geiler. Ah, scheiße. Der nicht hochdäschen kann, weil es dumm dazu ist. Mark fragt, ob wir bis 70 durchmachen. Logisch. Wenn du Lust hast, ich hab schon Lust drauf eigentlich. Ja, ich hätte halt gern mal so einen kleinen Zipska-Charakter, bevor ich ins Bett gehe. Oh, oder? Ja, Leute. Ja. Zack. Geht ja jetzt ganz schnell. Ich hole mir jetzt einen dickeren Erfahrungsstand. Den klopfe ich mir dann in den Kopfschutz. Also, der Magier macht auch nicht sehr viel Damage. Dann mach ich einfach mal eine Glocke und das macht mir Damage. Ich hab das Spaß mit meinem Bewusstsein. Wow, da kam echt ein legendärer Brustschutz raus. Nice. Zack. Oh, shit. Oh, shit. Ich muss noch ein wenig länger warten. Genau, ich muss noch ein bisschen länger warten. Oh. Was denn? Schau mal meine HP an. Meine Kraft kehrt wieder. I see, I see, I see, I see. Nein, cool, eingefroren. Die können nichts machen. Die werden hier rumgeschoben wie die letzten Ober... Das ist ein blauer Geist. Nein, Geist sehe ich, aber... Die anderen sind dann oben, oder? Ja. Die saugen an mir, die Penner. Ja, wir verpissen uns jetzt ein bisschen. Geister. Das ist deine Mama in deinem Bett, ne? Nein. Mutter. Mami. Mami. So, jetzt machen wir mal... Schlagt jetzt in den Fäustern und weg dieser... Oh, guck mal. Plan, der Keil. Oh, ich bin voll. Gib ihn mir. Los. Du wirst es auch. Nein. Ich höre eine Stimme, die mir flüstert. Gib's an doch nichts. Ja, Felix. Los, tu es. Junge. Unge? Unge spiele ich nicht. Wer ist das? Mö, Mö, Mö. Ich bin voll. Mö, 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 Mö. Mö, 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 Mö. Nais. Was denn? Die Rösschen, die ich gefunden hab. Gold? Oder? Nумal. Der Hammer ist nicht so proper. Bringt dir der Hammer irgendwas? Die ich gefunden hab. Odin's Zorn? Nää, äh scheiße. Kann ich nur bestätigen. So. Ich komme wieder. Und zwar zu dir. Ich hab bitte im Fight, ey. Piu piu piu. Ah hallöche. Kann ich jetzt gehen, oder? Geht's hier oben weiter? Ja. Zack. Wahrscheinlich ist der oben gleich Ende. Ja, wahrscheinlich. Sehr nice. So. Ouh, der hat mich hart gebumst. Ich kenn's den Typen mit den dicken Keulen. Einmal so dick ausholen, so richtig krass. Der hat grad richtig hart zugeschlagen. Aber jetzt schlag ich mal zurück hier. Zack. Boah, geil. Da geht nur der was ab in der Hose. Schon wieder keine Geisteskraftmächten, wer ist. Mach drei Angriffe und weg isse. Oh, ich bin schon wieder tot. Vollmer Geisteskraft Regeneration. Wir kommen vier pro Sekunde, das ist nix. Oh, gut. Wo ist der Dicke? Ist der schon tot. Ah, hier ist der nächste Bicke. Das andere hat's gemacht. Ja, mit Bersi und irgendwo an. Schon wieder ein Schatzkoblin. Ja. Ah, das ist der. Der sich teilt. Der sich teilt. Ja. Wir müssen den, äh... Ja, ja, ne, ne, ne. Ich hab gleich... Ich hab gleich... Warte, das hier. Alter, nice. Nice. Er ist schnell töten. Nice. Da ist auch einer. Oben ist einer. Hab ihn. Alle tot. Ich hab nämlich, ähm... Schlagte sieben Fäust einfach mal drauf gemacht. Auf die dickeren. Auf die kleineren meinst. Ne, nicht auf die kleineren, auf die dickeren. Auf den... Wenn er sich einmal abspaltet. Auf die hab ich's gemacht. So. Ja. Hier ist Ende. Ah. War doch schön. So. 24 Level noch. Oder? 23? Nein. Ja. Die schaffen wir halt auch noch. Glaubst du's? Ah, locker. Easy peasy. Wenn wir die Schwierigkeit hochstellen bestimmt. Ah, weiß ich nicht. So wie du stirbst. Der Fiskler kannst kurz für mich doch kommen. Ja. 22% Mehrzähligkeit nehm ich. Minus 5% Damage. Damit kann ich leben. Was nehm ich denn hier schon wieder für geile? Die kann ich wegschmeißen. So, hier wollte ich noch die Vitalität runterrollen. Für den Sockel. Aber ich lieber den... Ich brauche jetzt eigentlich nur noch zwei, um den nächstgrößeren Diamanten zu machen. Ne. Ne. Immer noch den großen, passt schon. So. Noch ne Rift? Ah, Sighi Junge. Sighi. Was seh ich denn aus ey? Alter wie ich aus seh. Premium. Warte. Oh, ich seh ja gar nicht so schlecht aus. Warum bin ich so langsam? Weil du kacke bist. Bist ein dicker. Bist ein dicker Baba. Ja, das darf ich das erklären. Bist ein dicker Baba. Welchen? Ich geh mit Style. Ja, glaub ich dir. Huiiii. Und ein Kraftstein. Ja, das ist ein Heim. Was? Kampfgetümmel. Komm, ich hab sie hier extra zusammengezogen. Achso, weg. Okay, sie haben mich rausgeschmissen. Sie wollen mich nicht. Das darf ich verfolgen nicht so schön. Ja, warte. Sighi. Sighi. Tiss. Mit der Säule geht das. Oh shit. Au. Der hat mich erwischt. So, erstmal den... Ne? Hint er die noch? Ja. Okay. Nicht auf ihn gekillt. Alter, Vater. Ja, ist gut. Yo. Plus zu 100%. Normalerweise, schön, wa? Hau ins Pool. Oh, hier ist viel los. Komm her. Ja, ich muss hier raus. Ja. So schön stücklich hier drin. Ah, ja. Ah, ja. Da ist schon wieder ein... ...Hillen getroppt. Kannst du mir abgeben? Noch ein Kraftstein. Soll ich dir einen abgeben? Äh, Kraftstein ja nicht, die haben wir nichts. Ja. Huff. Hallöchen. Oh, shit. Ich könnte ja was machen, wenn ich Geisteskraft hätte. Aber ich kann nichts machen, weil ich keine Geisteskraft... ...hätte. Habe. Wie auch immer. Gehabt hätten Mürden. Ja. Schlag die sieben Fäuste, wen treffe ich? Mir egal. Das heißt, wir gucken, was sie können, die Kraftsteine. Ah, ab wann gibt es denn die Schlüsselsteine von Retter Rifts? Nice. Der war ab 61, oder? Das weiß ich gar nicht. Hier, Hallöchen. Ich höre hier nur kurz durch. Ja, sehr viel Action. Okay. Ein anderer Kraftstein mehr? Na komm. Verpiss dich. Ich brauche Geisteskraft. Alter, bin ich langsam. Du bist doch ein dicker Baba. Hm. Ich kann doch gar nicht, klar. Okay, der kann nicht so viel. Oh, ein Stoff 48. Jetzt geht es gerade irgendwie schnell. Ja, war viel hier. Meinster Kill. Zusammengezogen. 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 Ich sehe nichts. Ich sehe es. Ich mache es aus. Sehr schön, muss ich sagen. Zusammengezogen. Und Glocke drauf. Ah, schön. Sehr schön. Wo ist er denn da oben? Der Dicke. Ach, der Dicke. Der kann nichts. Achso, der ist das. Ah. Der war in so komischen Post hier. Da habe ich einen granische Quantberg. Er hat mir Händchen drauf. Oh, der hat mir gegeben. Irgendjemand ist tot. Ich glaube, der Zauberer. Okay. So, warte. Weg der Sieben Fäuste. In drei, zwei, jetzt. Das ist ein riesiger Stempel. Ja, das ist ein Stempel. Wollen wir rausgehen? Oder wollen wir weiter farmen? Ah, Clearan Meter, oder? Okay, warte. Die ist gut. 34% mehr Damage. Nice. Das Ding ist gut. 8% mehr Damage für 17% weniger Zähigkeit. Nein, danke. Weg der Sieben Fäuste. Und nochmal Glocke. Fortet auf mir. Was haltet ihr denn? Oben. Zum Plan. Ich kacke in die Hose. Oh, blaue. Ja, ich habe aber wahr. Zusammengezogen. Und nochmal zusammengezogen. Und... Hey, warte. Geisteskraft. So, warte. Zusammengezogen. Ah, da ist nichts zum zusammenziehen. So, da sehe ich wieder einen blauen Helm. Die machen relativ gut Schaden, die... Viecher. Welche Typen. Naja. Geh mal hin. Mit der. Ja. Komme ich eigentlich hier hoch? Oh, nice. Ich glaube, ich bin hier noch nie hochgedasht. Habe nie geschafft. Du bist zahlshaftig. Ja, ich weiß. Er wird langsam erwachsen. Er kann allein dashen. Oh, shit. Okay, 48. Jetzt der ist. Ich bin schon wieder ein halbes Level über dir. Mach ich das nur. Ja, war schon. Ich bin voll. Bleib hier. Hier sind gerade so viele Viecher. Nein, das schaffst du. Okay. Ich vertraue dir da ganz stark. Voll und ganz. Blaue. Das ist scheiße, aber das weißt du ja. Ja, ja, ich weiß. Glocke rein. Heilen. Und... Okay. Hallo. Weißt du, wie es läuft. Hallöchen. Ich renne schon mal vor und sterbe. Nicht aus, ey. Wie dir das Ding hält. Zack. Was? Oh, shit. 300%. Nein. Das kann sie sich hinlassen. Da steht ein schönes, ein kleiner Pulk für euch bereit. Habe ich vorbereitet. Warte. Ja. Habe ich jetzt angezogen. Perfekt. Perfekt. Oh, Gott sieht das. Ist schon tot, ist schon tot. Ist auch ein Pulk, nur für euch. Und noch ein neuer. Oh, komm, denn die hier. Keine Ahnung. Hallöchen. Au. 49. Merz. Ja, Hammerfürst. Die Dicken hier mag ich überhaupt nicht. Dann darfst du ja verstehen. Ja, okay. Hui. Wenn du das sagst. Oh, ich ziehe zusammen. Oder brauchst du gar nicht mehr. Da kommen nur viel mehr. Alter, weiter. Alles Tüttner. Los. Habe ich vor. Und ein Gürtel. Und ein Auto-Attack gekillt. Nice. Mach ich gerade die ganze Zeit. Das, was wir heute zocken, das kommt auch im LP, ja. Hui. Das heißt, LP, das ist einfach... Ja, Blutdienstag. Mit dem Klaas. Und dem Hängerball. Das wird einfach eine große, vierstündige Folge. Im Ernst? Alter Vater. Wie du sonst? Irgendjemand ist da aufgegangen. Ich geh mal kurz zurück. Ich bin voll. Müll, Müll, Müll. Müll, Müll, Müll. Machen wir den Schrein gar nicht mehr, schade. Warten wir den Schrein? Was? Ja, macht. Ah. Es geht jetzt ein bisschen strenger. Minion. Ich komme gleich. Warte. Tödliche, ich brauche aber 4% Leben, hört sich besser an. Immer noch zu schlecht. All clear. 7, 4, 8, 9. Immer auf Schaden. Alles immer gut. Ja. Ne. So. Bin wieder da. Irgendwas gedroppt in meiner Abwesenheit, Mann. Ganz viel Liebe. Zack. 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 Das ist bei U an. Geht jetzt ein bisschen fluffiger. Fluffiger? Fluffiger. Ah, flockig. Ich hab fluffig verstanden. Ja, fluffig auch. Geht beides. Ich bin schon wieder Ende im Gelände. Anziehen. Zack. Ah, ich geh grad hier hart drauf. Ah, wo? Boah, da ist ne ganz dicke Truhe. Ja. Warte. Hand drauf. Deck da. Richtig dicke Truhe. Kommt aber nix raus. Außer Gold. Ja. Haben wir da. Raus hier, oder? Ja. Jo. So. Und. 80. Ja. Toto. Toto. Weg damit, weg damit, weg damit. Wieso kann ich eigentlich nicht mein... Ach so, die Mystikerin muss mindestens Stoffel 12 sein. Warte. Ja. Äh, 12. So. Ist 12. Ähm. Bup, 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 bup. Wo ist das Lichts? Ne, brauche ich nicht. Heuchle bei den Sockel rein. Komm schon, Sockel! Na. Stimmt ja kein Gold mehr. Das kostet 45k. Atobin. Richtig steuer. Kann ich vielleicht noch da einen Sockel reinmachen. Kostet 11.000. Ich hab kein Gold. Hat einer Spaß. Ja, der muss erstmal die ganzen Scheißdinger rauswerden. Geil. Mach ich auch mal. Okay. Gut, Level 50. Noch 20 Level. Ah, schafft man das auch noch. Aber die Level ist relativ flott, die Level. Jetzt wird es aber wieder schwer, was zu machen. Ich würde dir empfehlen, in deinen Kopfschutz hau dir irgendwie einen dicken, richtig fetten Rubin. Kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Kostet 45k. Da steht einer im Nefahl im Portal. Schau dir den an. Wo bist du? Du bist oben. Beim Mystiker dann auch fährt. Schau dir mal oben. Beim im Nefahl im Portal steht einer drin. So, dieses Level 12 von mir. Kann ich jetzt? Ja, kannst du. Echt schlimm. Viel Erfolg. Jetzt brauche ich noch bloß noch einen dicken Rubin. Oh Gott. Jetzt habe ich alle wieder eingesammelt. Alle einzeln rauswerfen. Oh, danke schön. Ich muss da ganz kurz was umstellen hier. Warte mal. Ja, kannst du machen. Weiß. Ja. Kommt da irgendwelche vier zu mir? Da ist eine andere. Ich tue Ulti haben. Weißt du. Du tust. Ja, ich tust voll geil, weil. Weißt nicht mal, weißt du. Ich habe kein Ulti mehr. Voll behindert. Ich brauche die Säule endlich. Du kannst auch den Fußtritt reinmachen. Davon die Kaltironie. Die ist ganz gut. Fußtritt? Eis, 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 Eis. Was für ein Fußtritt. Mehrangriff oder welcher? Ein Kickhalter. Schlagt jetzt in den Fäusten. Nein, nein, ein Kick. Ein Kick. Das ist ein Roundhouse. Ja. Genau. Fliegender Tritt. Kälte habe ich noch nicht. Das bekomme ich erst mit Level 52. Ja, dann musst du ein bisschen warten. Das ist ganz gut. Sehr viel Gift. Hm. Eingriffsgeschwindigkeit. Okay. Mach die Truhe auf hier. Das gibt es doch nicht. Ach, da gibt es einen Pylonen. Was haben wir denn da? Verbindung. Geil. Geht so lang hier unten, oder? Renn ich mal kurz durch. Ja, mach das bitte. Mal reinficken. Geht schon wieder weiter. Komm schon. Renn schneller. Oh, ist vorbei. Ist vorbei, ja. Alter Vater, hier ist viel los. Ja. Und ich gehe hier hart drauf, ey. Irgendwie mache ich keinen damage. Kann da nicht rein gehen. Ich kann da nicht rein. Achso, bist du da oben? Der Kampf, Dinger ficken mich. Ja. Oh, hoppala. Hoppala. Nein, nein, nein. Oh. Herzlichen Dank. Ah, ich habe keine Heilung dieses Problem. Jawohl, Levelaufstieg. Hat die den Arsch gerettet, oder? War geplant. Ich muss das hier machen. Dann springe ich hier hin, dann springe ich da hin. Und sammere mal die Heilkugeln auf. Welche Schwierigkeitsstufe ist das? Ah, Profi. Okay. Gut, allmählich wirklich für Profis. Wenn du kein Gear findest, das sich halt langsam anpasst. Die Dicken kannst du übersehen. Ach, drunten ist neulich. Guck mal, Zeug hier. Hallöchen. Gucklöchchen. Raus. Raus. Ich habe noch wie viel AP? Keine Ahnung. 4000. Oh, Blitz. Wer nur auf mich gehen will. Keiner Striche, ey. Der ganz der Harte. Alles, was wir jetzt aufsammeln. Uh, 31% mehr Schaden. What? So viel. Hammer da. Hammer da. Oh shit, Akan. Oh shit. Ulti. Ulti. Power Ulti. Oh, da kommt Gift. Aber du hast es überlebt. Ulti doch überwölben. Ähm, 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 das sind schon deine Wirbel, oder? Ja, das ist meine Wirbel. Mich hat so ein kleines Schamanenviech gekillt. Alter Vater. Cool. Klaas hat's gemacht. Schau, was alles schon vermisst. Oh ja. Oh, 28% mehr Damage. Das gefällt mir doch. Zack. Ah, endlich mal wieder ein bisschen mehr Schaden. Au. Das ist jetzt über Peter lustig. Zack, zack. Ahlöchen, Puppürchen. Wann ich mache ich mal wieder ein bisschen mehr Damage? Du gehst bloß weg hier. Oben ist viel Lust. Naja. Sau dir drauf. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Jetzt. Oh ne, das ist der Wichser. Ja. 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 Ach der. Ah. Der. Ja genau der. Will man nicht in den Nahkampf gehen bei dem. Au. Genau das ist fertig. Jetzt müssen die Magier machen. Oh ja. Heilen. wir tun es als wir mithelfen ja ich kann schlag schlag der sieben fäuste kann ich machen da kann man die tafel in oben und jemand tot und ulti und uhr an naja ich warte auf dich oh shit ich kann wieder schlag der sieben fäuste und zwar jetzt das eklat wird so was haben wir denn erfahrenes sehr schön mehr zähigkeit ja bitte ok wollt ihr weitermachen oder aufhören mir egal ich werde weitermachen ich hab doch einfach hand drauf und tschüss so auch blaue ähm ja mit der karten schaden mit wundern mich und tschüss Und tschüss. Sehr schön. Einfach dodgen. Dodge wie ein Pro. Ich bin ein Pro. Zack. Hier ist mal wieder geschreien. Oh Gott. Ich bin mit dem Arsch langsam. Das werde ich nicht tun. Ja, hier geht's nur im Kreis. Sehr schön. Oh, das ist ein Legendary. Na super. Renn einfach weiter. Nein, da brauche ich Ewigkeit her. Ich lauf mal, ich komme runter. I got the cherry. I got the cherry. Da 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 da. So, ist vorbei. Ich weiß. Ich soll mal wieder Händchen drauf machen. Oh, blaue bei mir. Alter, wie seh ich denn aus? Schütz, Schütz, das ist eine geile Wildsau. Ich bin ja nicht vorher drauf gekommen, dass ich Händchen auf die kleinen Viecher machen soll. Die spät Erkenntnis eines Hängers. Oh, ja. Da muss ich dann da und drauf gehen. Okay, den Dicken kannst du mal... Was? Was? Hm? Ich war überhaupt nicht da. Den Dicken kannst du mal stehen lassen, meine ich. Oh. Oh, was geht denn der vorne hat? Hallö, ich hier. Party. Und die extra den Viecher. Ja. Seh ich. Ähm, ja. Mhm. Mhm. Ja. Voll reingedasht in die Eier. Mit dem Knie voraus. So, Händchen für alle. Was mit dem Knie voraus reingedasht. Ja. Dann geht's von los im Kreis. Sack. Oh, das hat mir 400 Millilie gekriegt oder was? Das hat mir... Keine Ahnung. Die Händchen machen... Die können schon 4 Millilie machen. Oder 40. Ich würd's ihnen zutrauen. Ja. Irgendwie sowas, weil... Holla. Ich bin 200 Axt. Yeah. Oh, wir haben wieder Verbindung schreien. Das ist natürlich doof. Oh, dann wir kanalisieren. Nee, wir haben Verbindung. Hier geht's aber nirgends weiter. Was für Gold hab ich denn wieder? 38. Von mir geht's glaube ich auch nicht weiter. Doch. Doch. Hihi. Muss das denn sonst weitergehen hier? 53. Ja, unten noch irgendwo. Nee. Ja. Blitzschaden macht viel Damage. Huiiii. Okay. Huiiii. Batsch. Ähm... Leute? Ja? Hier. Hier sind blaue bei mir. Ha! Ja. Hier ist viel. Oh, Lappelaufstieg. Hihi. Der Magier ist wieder drauf gegangen. Ulti. Ulti. Oh, Hallöchen. Mach hier mal ein paar Händchen rein. Hier, Händchen. Händchen, Händchen, Händchen. Für alle. Fuck, hier wurde getötet. Oh, warte, da sind viele kleine. Händchen drauf. Händchen drauf. Oh, wie schön. Jetzt müssen wir auch in die Luft fliegen. Ah, hier ist ein Goldener. Muss Händchen machen. Händchen, Händchen, Händchen. Nein, 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 nein. Ich bin dort. Nicht auf mich, nicht auf mich. Tötet die, die haben alle Händchen. Die haben Händchen. Geht weg. Tötet die Hände. Das ist schlecht. Ja, die sind schon weg. Ne. Haben noch welche Händchen. Ja, auf den Dicken. Ja, jetzt sind sie weg. Ich muss die Hände auf die Kleinen machen. Eis, 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 Eis. Ja, ich bin nicht rein. Jetzt ist er geplatzt. Puh. Ich schau mal die Axt an. Jo. Oh. Ja. Ja. Wie. 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 Wie viele Edelstände da am Boden liegen. Also was sagst du? Ich kann die wirklich schließen? Äh, ne. Achja, aber wie viel Ping hast du denn grad? Äh, 84. Echt? Echt? Weil ich hab grad'n. 200 ab Ping. Ich komme. So. Jawohl, läuft. So, kann ich jetzt da meinen. Kopfschutz verzaubern. Was war denn das für ein Ding? Sockel. Komm schon Sockel. Ja, nice. So. Jetzt macht Biene. Uh. So. Schaden, äh, Erfahrung um 17% erhöht. Um 17%? Siehst du ja. Siehst du ja. Siehst du ja. Siehst du ja. Oh ja. So. Gibt auch noch nen Sockel die Dinger. Ok. Ich komme mal zu dir. Jaaa, pass aber auf. Ich quatsch. Oh, hallo. Ist die. Oh. Gibt Händchen, 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 Händchen. Jawohl. Das ist... Händchen! Händchen! Mehr Händchen! Händchen für alle! Ich glaube geht das schon viel einfacher hier. Mit Händchen. Oh, noch mehr Händchen. Wer will Händchen? Du willst ein Händchen. Oh, Dicke! Hab ihn! 54 Händchen! Händchen! Geh doch! Die kannst du killen! Ne, hier ist ein Händchen! 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 Alter! Fress dich! Händchen! Nicht schlimm! Aber doch hier! Ich hab leider null Geisteskraft! Mein Headset meint sich grad. Erstmal Headset anstecken. Ich glaube die oben wollen was von uns. Was ist denn da? Ich glaube wir sollen denen helfen. Ui! Hallo! Ach, zwei Goldene! Händchen für alle! Händchen für alle! Du kriegst auch noch ein Händchen! Na gut, dass ich den Ulti unten verschwendet hab. Ja, au! Du kriegst auch noch ein Händchen! Händchen für dich! Und für dich! Au! 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 Ich muss hier weg! Huuu! Haben wir jemanden noch? Also mehr als Hände geben kann ich nicht. Ich kann dir die Hand reichen! Ich kann dir die Hand reichen! Halt mal die Flüsse! Warten wir doch! Raus aus dem Griff! Raus aus dem Griff! Hand für dich! Ui! 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 Ein Boppel! Ein Boppel! Ein Boppel! Hallo! Aua! Ja, wie sollst du selber machen? Werden die da unten? Ja! Den verschwinde ich jetzt nicht meine Geisteskraft! Nein! Hose! Hose! Boah! So, wo geht's denn hier lang? Ach, hier ist Ende im Gelände! Ich komm hier nie raus! Es ist schon Ende im Gelände! Du Boppelatou! Ja! Bist du schon raus? Okay! Alle sind so weg! Ich kehre in die Stattung! Ne, schaff ich nicht! Aaaaah! Dicke dumme, dicke dumme Viecher! Verfolgen mich! Naja, ihr könnt schon mal schließen, ne? Ich renne hier nur so rum! Warte, warte! Naja, wir warten auf dich, bis du raus bist! Du siehst mich nicht! Du siehst mich nicht! Nein, 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 nein! Ah, gut! Haha! Sehr schön! Puh! Puff, Puff! Ich brauch uns Zett, ich bin so schwach! Ah, wo? Kommt das noch? Das ist ja alles wegschmeißen! Was alles drum liegt! Kann ich auch! Puff, Puff! Puff, Puff! Wie geil! Wenn ich jetzt einen aufsammle, sammle ich dann alle auf? Haha! Ne, nur die, die ich hab fallen lassen! Ah, Alter! Hab ich Hunger! Uh! Was? Du hast Hunger! Natürlich hab ich Hunger! Ich hab hier Chips! Vor dem Stream! Doch, hab ich! Nein! Booster reingehen! Äh, tutuvuatubi.... Broduin! Loire opin! Du 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 Du! Verdammt! Hm, 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 hm! Bleib mal ne Vogel Ok Alle haben 31 Schlüssel Ja Was das so schnell ging Ging ja zum Farmen Ich weiß nicht, müsste es da verbündet Da ist das gut Hm, statt da leicht für Sicherheit Irgendwas anderes reinhauen Äh Ismaragd Oh Gott Memo an mich Niemals Edelstein aufsammeln Ja, am Boden liegt Geisteskraft erzeugung ist erhöht Bei einer Zweihandwaffe, hab ich doch Ok, sehr schön So viel schneller ist es jetzt auch nicht Au Wollen wir in eine neue Gruppe oder die weiter behalten? Wieso willst du jetzt in eine neue Gruppe, die ist doch ganz gut Oder wollen wir mal schauen, ob noch mehr geht Hm Ich wies ja nicht, wa? Hm Ich auch nicht Erstmal dancen Von wie ich aussehe Von wie ich aussehe Brauche ich eine neue Passive Geh mal raus Ne egal Ähm 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 Dann schalst du mir wurscht Raus Wir bräuchten nämlich irgendwie was anderes Wir bräuchten nämlich irgendwie was anderes Wir bräuchten nämlich was anderes außer zwei Magien Vielleicht Ja so ein Dämoniäger wär cool Ja so ein Dämoniäger wär ganz nice Warte mal ein Bidi 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 Aber nur wenn du bitte sagst Bidi 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 Nein Alles nicht bei Stefan Raaf so Und dem Steven Gliedchen Nur wenn du bitte bitte sagst Bitte bitte Nein So boah ich hab hier Also wollen wir Qual 1 versuchen Qual 1 Ich hab hier nämlich Werbung Werbung Wir genießen die Werbung mit Funnyfisch Aber Wir könnten echt kurz Werbung machen Oder Pause zumindest Ja Pause Weil das 3 sich selber müssen Hey Wir haben so viel Auswahl So viel Ich würde sagen Wir machen eine Pause Wir machen kurz Pause Ja Essen Erholen Chillen Vor allem das Bist es wieder rausgegangen Okay Ja ich hab keinen Bock auf diese Magier Ich hab zwei Mal Arni erstellt Na sicher Würde ich sagen Würde ich sagen Dann gehen wir mal in Pausenscreen Habe ich ja vorbereitet Alles vorbereitet bei uns Zack Ne falscher Der hier Wie viel Schaden machst du schon im Menü Im Menü Lass mal gucken Erstmal gucken Wir bestanden jetzt aber noch kein weiteres Spiel oder? Nein 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 Helden Seasons 16.164 Alter Vater Wieso du? Dezent mehr Dezent? Das Doppelte? Nein, nicht ganz Das Dreifache Aber jetzt sehe ich keine mehr Lass mal sehen Du hast zwei Season Accounts Zwei Season Ja, eine habe ich da gleich Die heißen beide Arni 20 Okay, du hast 4k mehr 140k Zähigkeit Ich hab Zähigkeit 69k Ja, du hast das Doppelte Zähigkeit Mehr ist das Doppelte Ja doch, das Doppelte 69,4 Gut Einiges läuft ja Dann gehen wir in den Pausenscreen Warte Nicht gleich gehts los, sondern Kurze Pause Bitch Bitch Oh ja Bis gleich gehts weiter Tschüss Servus Abonnieren Favorisieren Folgt uns auf Twitter Facebook Und Youtube Ja Ja Hahaha Leute Ich weiß es Wack Ich weiß es wie Es ist Verbe Erst Tö Pferde Tag Untertitelung ab 20.04.2021